Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Factorio Space Exploration. Ja schön, da hatten wir letztens doch glatt hier ein bisschen probiert mit diesen lustigen Dingen da. Und ja, ich weiß nicht, theoretisch, also das mit dem Wasser müsste grundsätzlich gehen. Ich glaube, ich müsste echt nur ein bisschen mehr Pümplein reinbauen. Die Frage ist aber natürlich nur, ist es überhaupt sinnvoll? Also ganz ehrlich, ich bin unsicher. Ich bleib dabei, ich bin echt unsicher. Ich glaube nämlich nicht, dass es sinnvoll ist für, naja, vielleicht für Planeten. Also statt diesen großen Dingen kann man da diese kleinen reinpacken. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, aber naja. Wo wir es aber sehr wohl brauchen, das wird wahrscheinlich dann eh eher das Thema. Wir werden jetzt ein neues Raumschiff bauen, eine neue Raumschiffklasse. Ist die Frage, bauen wir die da oben hin? Obwohl ich könnte eigentlich einfach, Moment, da müssen wir leider jetzt wieder ganz groß bauen. So. Oh nein, er baut schon wieder so groß. Ja, mach ich, ähm, weil, kommt daher. Ich hoffe, dass wir das Factory-Spaceship dann auch vollkriegen bis dahin. Ähm, ich würde da wirklich jetzt echt ein riesengroßes Raumschiff gerne bauen. Also, da müssen wir aber jetzt nur schauen. Sollte natürlich nicht, sollte nicht übertrieben sein, sagt er und baute sowas. Wow, okay. Ja, da müssen wir jetzt eh schauen. Dauert jetzt eine Weile, weil das wird natürlich jetzt wieder alles, ähm... Ah, wird natürlich eine Weile dauern. So, dann kommt da dann mal da rüber. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Da kommen wir genau bis hierher. So, mach mal. Ja, natürlich kommt Masten auch. Ich plotte das gleich mal hier so ein bisschen mit. Masten. So, die Frage ist, eigentlich müsste ich ja nach unten, nicht nach oben. Ich weiß nicht, warum das ich dann nach oben gesetzt habe. Eigentlich müsste ich ja nach unten hier. Also, das kann ja eigentlich schon wieder weg da oben. Ja, das sollte ja eine klare Trennung eigentlich sein. Was machst du da, Cloud? Ja, ich weiß es doch selbst nicht so genau. Fragt mich bitte nicht. Ich weiß es doch selbst nicht. So, weg da. Und dann hier eher nach unten. Mal eher den da. Ja, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen blöd, aber das wird dauern. Aber kriegen wir hin. Und dann bauen wir das einfach hier, da irgendwo, irgendwo da dann hin, wenn es geht. Ich glaube, ich hole mir mal schnell selbst ein paar. Und setze da mal. So. Geforscht wird der, ja, 40. Das scheint weiter zu laufen hier. Also, das scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Wie ist eigentlich aktuell die Energieversorgung? Wir haben auf Darkflare das Ding wärmt wieder gut, oder? Wärmst du gut? Ja, du wärmst gut. Das passt. Wir hätten hier ein paar Hütchen, glaube ich, zu setzen. Wo ist denn das Spinnchen? Wo ist das Spinnchen? Weil ich glaube, ich habe nicht... Ja, ich habe natürlich keine Plattformen mehr. Und die Spinne ist... Moment, kurz geguckt. Die Spinne ist wo? Wo ist die Spinne? Ach, die läuft noch hier irgendwo rum, oder? Ja, da ist die Spinne. Okay, ich sehe schon. Da ist die Spinne, genau. Ja, lassen wir das mal so. Ich habe keine Ahnung. Moment. Ich sollte das vielleicht... Ja, gut. Das ist eigentlich alles gut gesetzt worden. Ja, da muss ich eigentlich jetzt nur mehr noch... Das natürlich entsprechend umbauen. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich natürlich da... Gut, hier. Das sollte eigentlich gehen. Also, da würde ich dann eh einmal den da machen. Und... Dann kann man ja... Oder ist das jetzt eine gute Idee? Ich weiß... Ich weiß nicht. Nee, eigentlich... Ähm... Ja, eigentlich... Moment, wartet mal kurz. Setzen wir da ein bisschen ran und ran. Weil wir müssen von der einen Seite da ran. Das muss dann da so raus. Ja? Das ist jetzt natürlich wieder saublöd alles. Ähm... Weil wir müssen das Ändern immer von der... Von der gleichen Seite befüllen. So. Genau. Und jetzt haben wir da natürlich... Ja, toll. Haben wir da schon den Stau. Ähm... Es ist auch, glaube ich, echt ein... Ja. Äh... Keine Ahnung. Was weiß ich. Macht das mal. Baut... Baut das bitte mal. Ähm... Ja, es ist jetzt vielleicht nicht so ideal gelaufen. Hier, da, dann da ran. Ja, das ist... Komm... Kriegen wir schon hin irgendwie. So, wo ist denn das Nächste? Wir müssen immer von... Da ist noch nix. Immer von der rechten Seite. Ich bin gerade auch wieder... Ich... Ich lenke mich schon wieder mit tausend Sachen ab, die eigentlich gar nicht relevant oder wichtig sind. Wo habe ich denn da die Dinger? Da. Da zum Beispiel ist das ähnliches Thema. Machen wir einfach mal da so und wir warten, bis das kommt. Und erst dann reicht er, wenn wir dann... Okay, was ich da gemacht habe, keine Ahnung. Ist nicht schön. So, das passt hier so, glaube ich. Und ich glaube, ich lasse die Spinne jetzt trotzdem nach unten laufen kurz. Einmal runter da und einmal rüber da. Genau, damit das hier schön besetzt wird alles. Aber ja, eh nur die beiden. Ja, passt schon. Alles gut, alles gut. Okay. Ja. Zurück, ähm... Zum Grundgedanken. So, was wollte ich hier jetzt eigentlich? Ach, ich wollte mir ein paar von den Dingen holen. Ich erinnere mich. Ich wollte mir ein paar von denen holen. Also erstmal wollte ich, ähm... Die anderen Sachen... Habe ich da irgendwo so eine Kiste? Naja, gut, wobei. Ja, komm. Ich behalte mir die Kondensaturbine mal im Inventar, weil tut ja jetzt nicht weh. Wenn ich gegen das Schiff dotzen. Danke. So, und ich würde jetzt gerne ein Schiff bauen, das auf jeden Fall sehr breit ist. Ah ja, das ist... Ich sehe schon, das ist ja jetzt sogar schon fertig gesetzt. Das freut mich ja sehr. Ich wollte ja eigentlich zumindest vier, damit ich das hier setzen kann. So. Starten wir. Nein? Ach Gott. Immer das Gleiche. So. Ne, ich bin zu blöd. Okay. Da. So. Mal rüber da. Dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen mit unserer... Mit den Domen. So, kurz landen. Dome setzen lassen. So, noch einmal. Einmal die Länge, die passt. So, einmal so. Nö, toll. Ach, wie ich das liebe. Ja, gut, dann. Okay. Dann machen wir eben doch hier ein bisschen selbst. Ja, gut, wobei ich brauche einfach nur das da hersetzen. So. So. Du, 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 du. Oh nein, nicht so weit, nicht so weit. Stop. So. Einmal da und ran da. So. Wie jetzt? Achso, weil, ach, weil die Masten auch noch nicht gesetzt sind. Verflucht. Ja, komm, dann setzt mal. Scheißegal. So. Masten gesetzt. Es wäre mir zwar lieber, wenn ihr nur die Masten setzen würdet, aber was willst du denn machen? So, passt. Der Masten passt. So, das Ding kommt dann jetzt da drüben ran. Ich sage, das geht mir jetzt nur mal darum, dass der Boden gesetzt ist hier. So. Ja, dann ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich als Grundlage das Schiff nehmen wollen würde, aber ich glaube eher nicht. Ich würde jetzt eher gucken. Wir machen auf jeden Fall ein paar von diesen Anti-Materie-Strahltriebwerken. Weiß was, ich werde jetzt doch, glaube ich, hier kurz da ein bisschen da nach unten zum Beispiel setzen, dass wir das unten auch weitermachen können gleich. So. Gut, das Ding da ran und dann schauen wir mal, dass wir... Oh. Cannot reach. Ja, das ist nicht schön. Kannst du jetzt nachdenken? Geht jetzt was? Ja. So, zack. Ach ja, und... Dann einmal dahin. Wo ist eigentlich die Savior? Ah, die ist am Weg. Okay, passt. Sehr schön. So, die sind hier am... Am Dasein. Okay. Und wir sind da. Und wir sind da. Dann müsste der aber eh... Oh, okay. Ja, dann zäumen wir ihm das Pferd von hinten auf. Ist für mich auch okay. So. Und dann müsste das eigentlich alles setzbar sein. Und dann lasse ich meine Robo's dann doch selbst ein bisschen arbeiten. Ist ja okay. Macht mal ruhig. Schmeißt alles raus, was wir... Was ihr so im Inventarbeutelchen habt. Ist ja mitgeholfen. Wir sind die armen Robos nicht selbst zu viel machen müssen. So. Ja, wow. Was ist jetzt los? Mach ich jetzt eigentlich schon Ionentriebwerke hier irgendwo? Ne, nur den Reaktor. Okay. Ich hätte ja schon gesagt, ich würde ganz gerne da die Dinger... Müssen wir mal schauen. Kann ich für Ionentriebwerke... Brauche ich da die normalen? Ja, brauche ich sogar. Okay. Müsste ich die sogar hier irgendwie... Na gut, aber das würde ja grundsätzlich gehen. Okay. So. Sehr schön. Gut. Dann würde ich anfangen gerne mit den Triebwerken. Die Frage ist, eins und Ionentriebwerke, die brauchen ja eh nicht so viel. Ein Megawatt. Also die sind strommäßig echt nicht schlimm. So, ich habe ein paar von denen. Weißt du was? Dann machen wir nämlich... Ich werde auch so Reaktoren. Die werde ich trotzdem... Die Antimateriereaktoren werden wir nehmen. So, einmal Ionentriebwerke. Und gucke mal, ob wir das alles da haben. Müssten wir ja theoretisch alles liefern können. Genau, sehr schön. Okay, das wird geliefert. Machen wir mal ein paar von denen. Ich glaube, da mache ich sogar wirklich auch die Kistenweise. Einmal vorbereitet. Was machen wir sogar? Passiv-Wernbieter-Kiste. So. Gut. Das sind die Falschen. Ich bin ein Idiot. Die Dinger brauche ich natürlich. So, aber kriegen wir auch alles ran. Ah, ja. Die Dinger brauchen wir natürlich. So, und dann brauche ich natürlich aber auch die Tanks. Ja, Narcum-Cubes ist echt, glaube ich, ein Problem. Mal schauen, wie diese Narcum-Cubes da... So. Oh, wow. Da hat es geknallt. Nein, bitte eins weiter nach unten. Danke. So, dann bauen wir gleich wieder ein paar von denen. Haben wir alles? Ja, gut. Die Dinger weiß ich, die haben wir. Hierzschilde haben wir auch. Ist nur alles ein bisschen schwierig. Na, schauen wir mal, ob die das irgendwie hinkriegen. Wie gesagt, Narcum-Cubes. Muss ich jetzt gucken. Ich würde da schon ganz gerne wirklich... wieder ein cooles Raumschiffchen machen. So, die Narcum-Cubes. Wo waren die? Die waren ja... Ne, nicht da. Die waren dann da. Und die kann ich ja hier nicht beschleunigen. Aber gut, die sind ja eh... Die sind ja richtig voll. Also das ist überhaupt kein Thema. Ja, und die Tesseract-Produktion ist auch voll am Laufen. Ah, weil unsere... Ja, guck dir das bitte an. Wie schön, dass die verteilt sind hier, meine... Oh, 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 oh. Ja, sehr schön. Die Acrospheres sind perfekt verteilt. Es müsste alles blau sein. Es müsste alles laufen. Läuft, 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 läuft. Ja, perfekt. Ach, ich liebe es, wenn Pläne aufgehen, Leute. Ich kann euch das gar nicht sagen. Also das gefällt mir richtig schön, diese Acrospheres, dass das eigentlich doch echt gut funktioniert. Ja, finde ich schon. Bin ich... Bin ich... Bin ich happy. Also theoretisch könnten wir jetzt sogar so... What? Oh, wir haben... Es ist echt der ganze... Die ganze Kiste mit Tesseracte voll. Weißt du was? Ich mach da, glaube ich, wirklich... Ich mach da, glaube ich, wirklich einen zweiten, weil die Dinge, die sind eigentlich... Dachte ich, die sind irgendwie so... Wow. Und die brauche ich ja... Die Tesseracte brauche ich ja für die Dinge. Nee, brauche ich gar nicht. Wo brauche ich die Tesseracte nochmal? Für irgendwas Cooles brauche ich die noch, aber offensichtlich ja doch nicht so schlimm. Naja. Und ich könnte eigentlich nur... Ich könnte ja... Gucken. Ja, für die Narkium-Prozessoren brauche ich die Dinge. Ja, gut. Da ist aber dann eh wichtig, dass ich die dimensionaler Anker... Ach du Scheiße, ich habe da... Ah, stimmt. Für die besseren Beacons. Genau, für die Dinger war das. Ja, okay. Gut, die werden wir aber wahrscheinlich nicht machen. Die werden wir wahrscheinlich nicht machen. So, aber jetzt schauen wir mal. Schafft er das jetzt, diese Triebwerke zu bauen? Ist das schon was? Ah, sehr schön. Ist schon eins fertig. Super. Ja, jetzt sind es wirklich die Superconductive Cables, aber auch von denen müsste ich ja eigentlich genug haben, oder? So theoretisch gesehen. Wo waren die nochmal? Da wären die. Aber da bin ich fast zu langsam mit denen, wie es aussieht. Ja, weil ganz ehrlich, dann machen wir eben da noch... Gut, aber ist die Kiste nicht... Ne, die ist nicht voll. Okay, ja, dann machen wir da einfach noch ein zweites, oder? Das ist ja okay, glaube ich. Rein von den Zulieferdingern müsst gehen. Was, was, was sind das? Elektromagnetik Facilities. Ja, komm, da bauen wir schnell ein zweites. Das ist, glaube ich, okay. Brauchen wir nur vier Elektromagnetik Facilities. Das kriegen wir hin. Vielleicht haben wir da sogar welche. Ja, eine habe ich sogar, aber ich brauche halt vier. Das ist Elektromagnetik Facilities. Ja, gut, die sind eh nicht so schlimm. Wir brauchen ein paar Akkus. Aber von denen... Und ja, natürlich... Warum habe ich eigentlich Personal-Ding nicht aktiv? Ja, machen wir da so wieder lustige Fässer wieder drin. Ähm, Akkus. Und vor allem kann ich nehmen von denen auch ein paar mit. Wieso ist der Mauszeiger? Gott, zu viel Logistik. Ich sehe meinen eigenen Mauszeiger nicht für lauter Logistik hier. Ja, und ich wundere mich, warum das die Frames so niedrig sind. Hm. Ja, könnte der Grund sein. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir voll unsicher, weißt du. So. Oh. Habe ich jetzt schon... Hä? Doch, hier. Drei. Okay, passt. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ja, liefert mich an. Beliefert mich. Ist okay. So. Passt, oder? Gut. Jetzt müssen wir natürlich da ein anderes Rohr verwenden, aber das ist ja okay. So, und das Ding muss auch nach unten. Das ist auch okay. Das geht geradewegs. Das ist okay. Und da müssen wir hier einmal so machen. Ja, und ich bin schon so faul, dass ich selbst das kopiere. Achso, und da müssen wir natürlich dann den da auch nochmal machen, oder? Ja, passt. Läuft. Sehr schön. Gut, dann sollte das performance-mäßig reichen. So, jetzt zurück zur Baustelle. Also, ich hoffe jetzt, dass diese Antriebsdinger echt ein bisschen schneller sind. Eins, okay. Es ist, ja, es sind wirklich die Superconductive Cable, die da Probleme machen. So, jetzt schauen wir mal. Also, die Interstellas haben eins, zwei, drei. Ja, die haben zehn von denen. Schauen wir mal, wie weit wir da... Oh. Hab ich jetzt Bäuerchen gemacht? Ups. Ja, schauen wir mal, wie weit wir da kommen. So, jetzt ist eh mal wichtig, dass das hier alles gesetzt ist. Ja, das sieht aber gut aus. Das haben sie geschafft. Ja, wunderbar. So, dann fangen wir da einfach an. Ich baue die jetzt einfach nur da unten mal hin. Sind die dicker als die anderen? Weiß gar nicht. Nee, oder? Doch, eins. Nee, sind... Nee, sind nicht dicker. Oder doch? Ja, keine Ahnung. Komm. Ja, der Dom wird dann da wegkommen. Drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oder? Reicht das so? Ich würde mal sagen, ja. Ich würde da in der Mitte... Oder weil wir haben, wenn ich mir das so ansehe, bei der Interstellas... Oder haben wir das? Nee, das haben wir ja dann gerade. Genau. Nee, das passt schon. Also... Ah, ich habe ja immer so... So Wände zwischendrin gehabt. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Aber ich mache es halt trotzdem. Wieder. So. Ähm, ja. Komm, machen wir Wände dazwischen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Dann brauchen wir Raumschiffboden. Das mache ich jetzt gleich ran, damit wir das nicht vergessen. Nämlich so müsste das passen. Genau. So. Raumschiffwände. Ja. Machen wir hier mit dem richtigen Planer. Raumschiffwände. Ich würde das so machen. Ach Gott, ich hasse es. Ja, es ist so blöd, wenn der das hier... Nein. Nein. Ich drücke seltsam rum. So. Passt. Machen wir mal so. Und da doppelt. So. Okay. Gut. Dann haben wir natürlich jetzt, ähm, Berohrung. Und da ist jetzt die Frage... Also diese Tanks, wie sehen die aus? Okay, die sind eh gleich wie die anderen Dinger. Das ist die Frage, wenn man das so macht. Also zweier Pärchen. Und da dann zum natürlich reinpumpen. Und ich mache das jetzt einfach so ein bisschen dicker hier. Das sollte ja so dann ganz gut gehen, oder? So, jetzt muss jeder erste Dom schon weichen. Weil die Frage ist, ich werde den, glaube ich, da noch draußen stellen irgendwo. So, bitte herstellen. Ja, gut, oder? Oder so. So, abreißen und hinpacken. Kann man sich ja egal. Hauptsache, Hauptsache er ist irgendwie da. Da oben muss er weg, wie gesagt. So, hat der jetzt irgendwie... Nee, der hat jetzt gar keine Verbindung mehr. Weil ich fast befürchtet. Ah, der hat ja überhaupt keine Verbindung mehr. So. Ja, toll. Immer diese Platzthematiken. So. Ich habe da sehr viele Konstruktions-Bots jetzt gefüllt in der Tasche. Muss jetzt nicht sein. So. Wie gesagt, ich kopiere das. Weil dann haben wir da auf jeden Fall ein relativ gut passendes Ding. Genau. Ja. So, okay. Gut, und dann wäre nämlich das jetzt mal der... Der Antrieb. Wobei wir da natürlich jetzt ein Thema haben. Ich habe jetzt hier wieder keine normalen Düsen. Das bedeutet, ich kann damit nicht auf einem Planeten landen. Die werden wir vorne einfach so als Seitenflügelchen machen, glaube ich. Jetzt designen wir einfach mal ein richtig wildes Schiff. Weil ganz ehrlich, platzmäßig müsste es ja gehen. Ich kann ja jetzt so riesengroße Teile machen. Ob das was bringt, ist eine andere Frage. Aber ich mache es jetzt einfach mal. So. 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 Komm, dann machen wir mal so. Da dann zwei. So. Machen wir da mal drei Abstand. Ich versuche das jetzt irgendwie... Es wird ganz lächerlich aussehen, aber ist egal. Zwei, drei, vier Abstand. Eins, zwei, drei, vier. So. Aber ich muss hier erst mal gucken, welche... Ja, wie ich das funktionstechnisch überhaupt unterbringe. Also vielleicht sollte ich... Hier erst mal gucken... Und eigentlich würde ich die ja ganz gerne... Sogar schön hier einmauern. Gut, wobei... Ne, das ist Platzverschwendung. Das machen wir nicht. Das wäre Platzverschwendung. Das machen wir nicht. So. Und ich muss ja... Genau, ich muss ja auch aufpassen. Schildgeneratoren muss ich ja auch ranpacken. Darf ich ja auch nicht vergessen, die Dinger. Und die sind ja eigentlich auch ein bisschen formgebender Natur für das ganze Raumschiff dann. So, wo sind denn die Teile? Die sind ja hier irgendwo, oder? Wo waren die? Da waren die, genau. So, und da muss ich ja auch schauen. Das Ding zum Beispiel kommt hier hin. Und das Ding kommt dann hier hin. Oder? Ja. So, und dann kommt der Rest hier. Darf dann ruhig... Habe ich die jetzt gleich gesetzt? Ich bin unsicher. Na doch, müsste passen. Ähm, ja. Dann machen wir das so. Und da können wir dann auch so. Ja gut, wobei das eine Teil ist dann ein bisschen umsonst hier. Okay. Gut. Und dann schauen wir mal. Komme ich da jetzt überhaupt? Ja doch, das geht noch. Wo läuft der hin? Ja, hier. Dann schauen wir mal. Haben wir da einen zweiten? Können wir dann auch gleich setzen. Der kommt dann... Also der ist da. Dann kommt der zweite dann... Ja, da hin, oder? Naja, voll würde hier auch reichen. Ja, dann packen wir den da hin, oder? Einmal da. Ja, die sind dann super überschneidend. Okay. So. Oder haben wir den jetzt nicht da oben? Haben wir den hingesetzt? Okay. Gut, dann wäre das mal der, der hintere Teil. Weil wir müssen auf jeden Fall Platz für den Reaktor lassen. Der ist ganz wichtig. Achso, und ich müsste vielleicht auch gleich Masten setzen. Das wäre natürlich auch ein Punkt. Die sollte ich nicht vergessen. Und jetzt setzen wir gleich da. Zwei Masten. Ein paar Laser-Liturmys kann ich ja trotzdem setzen. So. Gut. Ja, dann schauen wir mal. Dann gehen wir ein bisschen... ...nach oben. Ich würde da jetzt sogar da jetzt eher so ein bisschen... ...gann mal von der Form her nach oben gucken. Ja, das mag ein wild... ...das wird ein wildes Schiff. Ich sage es euch gleich. Das wird ein wildes Schiff. Und dann würde ich da einfach jetzt... ...ähm... ...mag jetzt komisch aussehen. Das sage ich euch gleich. Aber da würde ich da jetzt einfach da... Ach, guck mal. Die sind voll. Ich glaube trotzdem, dass diese Eonen-Dinger... ...ja doch, die sind größer. Dachte ich es mir ja. Okay, das wird jetzt fast ein bisschen breit. Na, egal. Komm. Wir übertreiben jetzt. Das wird jetzt ein Riesen... ...ein Riesenschiff wird das. Ein riesengroßer Oschi. Das brauchen wir aber trotzdem so ganz kleine... ...funzeln. Ja. So, die packen wir da ran. So, muss ich natürlich Boden auch setzen. Ich glaube so, oder? Ja, müsste so passen. So. Ist die Savior eigentlich schon da? Ne, noch nicht ganz. Okay. Aber die Discovery ist da. Was war die Discovery? Also, das war das Ding. Die Savior wäre die. Ach, wie sieht es denn auf Darkflare? Ich bleib mal ganz kurz. Ich gucke mal ganz kurz wieder auf Darkflare... ...damit wir das Thema hier lösen. Weil da haben wir... Wieso fliegst du da rüber? Ihr seid ja alle so doof. Das gibt es ja gar nicht. Dann lösen wir das Thema jetzt mal kurz auf. Also. Ich will, dass du da runter... ...und dann da so. So. Und dann hier so. Und dann hier so. Und dann machen wir die alle linksbündig, oder? Das wäre so ein bisschen die Idee. Stockt das dann? Ja, das ist das Problem, dass das dann irgendwie stockt. Ich hätte, glaube ich, das doch so... ...so ein... ...reinziehen müssen. Dann passt's, glaube ich. Oder? Jetzt stockt nix mehr. So passt's. Okay. So, spinni. Also gut. Wir können... Was ist da los? Nicht... Nix... Na... Ja, ich werde dauernd angegriffen. Ist okay. Gut. Ja, wir müssen irgendwann mal... Müssen wir eh wieder ein bisschen... ...management, glaube ich, machen. Ein bisschen, ähm... ...Gegner... Gegner-Management. Mauer-Management. Leider. Also, ich könnte da eigentlich gleich mal nach unten... Wobei, nee, komm... Wir... Wir laden... Obwohl... Nee, wo war denn das? Hatte ich nicht hier irgendwo noch so ein Ding? Zum Anschließen? Nee, das war eh das da. Passt schon alles gut. Okay. Das ist hier. So, dann kurz rübergeflogen. Ja, ist schon recht. Bimmel, bimmel. Passt schon. Alles gut. Da war's noch. So. Genau, dann warten wir, bis wir da nach oben kommen. Gehen wir mal wieder zurück. Ähm... Joa. So. Dann hier. Also, da müssen wir natürlich dann die Treibstoffkanisterchen auch ranpacken. Würde ich jetzt... Reicht eigentlich... Achso, nee, da brauchen wir mehr, weil wir müssen ja eben dann von der Planetenoberfläche irgendwie ja dann wegstarten. Ich glaube, das Problem ist, je dicker das Schiff ist, desto wilder wird das wegstarten. Boah, was ist denn da los? Hört auf damit. Lass das. So. Da drüben auch noch schnell. Ja, das sind dann diese Triebwerke, damit ich von einem Planeten starten kann. Da muss ich ja... Aus irgendeinem Grund brauche ich da ja besondere Triebwerke. So. Wie haben wir das jetzt gemacht? Okay. So. 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 Ähm... Achso, nee, ich muss ja... Ach, verdammt, ich merke gerade, ich muss ja das Schildprojektoren ja auch reinpacken. Jetzt haben wir da ein Thema. Gut, die könnte ich dann... Ja, gut. Ähm... Eins, zwei, drei, vier. So, so. Kriegen wir ihn dann irgendwo unter, dann würden wir ihn hier unter, unter, unterbekommen, oder? Da chillt Projekteurchen. Ja, dann ist es so halbwegs... Ja, gut, machen wir, machen wir so. Ich glaube, ich glaube, dass ich da ein bisschen zu fett werde, oder? Das Ding wird wahrscheinlich zu fett werden. So. Eins, zwei, drei, vier. So. Schauen wir mal. Ich finde ja, mir macht das ja echt Spaß, dieses Raumschiff bauen. Irgendwie hat da was... Hat das was? So, und da das Schildprojektörchen ran. Oder war das jetzt hier? Ja, doch. War hier. Ja, was zieht dann hier genau an? Es könnte natürlich sein, dass die seitlich irgendwie rankommen. So, und da müssen wir auf jeden Fall trotzdem... Wir müssen ja auch hier Rohre. Ach so, das ist natürlich ein normales Rohr. So. Und einen Tank... Ach so, nee, Tanks brauche ich ja mehr, oder? Oder wie war das nochmal? Doch, Tanks brauche ich mehr. Brauche ich ja viele Tanks, damit ich da ja... ...vom Planeten dann wieder starten kann. Ja, ich würde mit dem Ding dann ganz gerne auch auf Planeten landen. Das ist jetzt echt die Frage. Wie gesagt, ich brauche ja auch die Nuklearreaktoren. Aber wir brauchen dann zumindest nur mehr noch die Nuklearreaktoren. Das ist das Gute an der ganzen Geschichte. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Ding wahrscheinlich vollkommen übertrieben ist. Aber dass ich übertriebene Sachen ja eigentlich liebe. Komm, ich laufe da mal kurz rein. Ähm, ja komm, und wir gehen doch wieder kurz nach Darkflare, weil das Spidertron ist schon da. So, einmal kurz da rausgeäumelt. So, dann hier mal weggeräumelt. Rausgeäumelt und weggeräumelt. So, einmal ran da. Ne, das wäre natürlich zu weit vorne. So, ran da, ran da. Ähm, weg da. Zack, 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 zack. Hier machen wir... Ja, das hat gut funktioniert. Äh, Output, Left. Input ist mir egal. Output ist wichtig, Left. So, und ran da. Gut. So, wo bleibt jetzt das andere? Das müsste... Okay, das kommt da unten. Ja, passt gut. Ja, müssen wir dasselbe eigentlich nur noch da oben machen. Und ich glaube, da haben wir es eh sogar schon irgendwie so ganz speziell gemacht, oder? Ja, genau, das haben wir eh schon. Nur, dass ich da noch das umschalten muss. So, einmal nach oben. Das ist wieder heiß, das passt. So, links, links. Okay. So, und dann hier. Genau. Das Ding kommt natürlich weg. Ja, aber da führt die Dinge natürlich dazu. So. Ähm, Rohre. Einmal ein Sohn-Ding ran. Und ein Masten kommt ran. Zweck Stromversorgung. So. Na gut, die werden sich dann eh hoffentlich neu verbinden, wenn es dann soweit ist. Ähm, okay. Also, und die Rohre natürlich da noch setzen. Ich meine, die Frage ist, ob wir nicht reinpumpen dann hier irgendwo. Wie viel hat jetzt die... Also, die Interstellar haben ja gar nichts, weil die sind ja nur für interstellare Raumfahrt. Oder, jetzt wartet mal kurz. Jetzt kann ich vielleicht mit diesen Ionen-Dingern. Mich würde jetzt interessieren, ob ich mit dir auch auf Planeten runterfliegen kann. Ich mache kurz einen Feldversuch. Komm, ich nehme da einmal so ein Ding mit. Oder... Ja, das funktioniert gut. Ach Gott, ja. So. Ich würde da gerne so einen Feldversuch machen. Ja, vielleicht kann ich mit den Dingern ja eh auf Planeten landen. Ach so, aber da müsste ich... Oh Gott. Ich glaube, ich muss da mal kurz so ein kleines Schiffchen machen. Oh, ich habe ja... Ah, ich habe keine Konsole mehr. Okay, gut. Eine Konsole bauen wir uns. Das schaffen wir, glaube ich. Ich muss ganz kurz Pause machen. So, da bin ich schon wieder da. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber jetzt gibt es bei Amazon so eine neue Regelung. Dass man Pakete... Ich weiß nicht, ob ich das schon bei euch auch schon so ist. Dass man Pakete grundsätzlich wieder entgegennehmen muss. Das hat sich ja während Corona ein bisschen immer so... Ja, war so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber jetzt ist es so, dass die Amazon-Fahrer, die die Pakete ausliefern, die müssen da wirklich so einen Code eingeben, den man vorher zugeschickt bekommt per Mail. Ja, das bedeutet, die können das Paket gar nicht einfach so hinschmeißen, ja, wie früher. Sondern da muss man jetzt wirklich, ähm... Ja, als... Als Entgegennehmer diesen Code dann auch quasi sagen. Damit die das in die App eingeben können. Und nur dann ist, ähm... Zufriedenstellen zugeliefert. Das ist echt ganz komisch. Ich meine, ich verstehe den Ansatz wirklich voll und ganz. Aber irgendwie, irgendwie finde ich das... Es ist nicht mehr so nett wie früher. Kommt mir vor. So. Ja, weil früher war es so, ja... Wenn du einen Nachbar hattest, der dir einfach die Pakete dann entgegennehmen konnte, ja... Da konntest du sagen, ja, Nachbar, bitte, Achtung, da kommt jemand. Magst du mir das Paket bitte entgegennehmen? Und, und... Ja, meistens war das dann echt okay. Aber ich will meinen Nachbarn nicht zumuten, dass der da irgendwie so Codes eingeben muss. Das ist ganz komisch. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So. Aber was ich gut finde, wir machen da jetzt ein kleines Mini-Raumschiff. Ja, guck mal. Mini-Raumschiff. Toll, die Konsole ist irgendwie... Na, super. Ich bin ja jetzt gespannt, ob das überhaupt geht. Ähm. So. Achso, ja, so klein wird wahrscheinlich ein Problem werden, befürchte ich. Ich glaube, ein bisschen größer muss ich sogar machen. So, mit einem Tank. Ich sollte vielleicht hier... Den da machen. So. Aber weißt du, was kommt? Wir machen es nicht ganz Mini, wir machen zu halb Mini. Weil ich will jetzt probieren, weil wenn die nämlich... Ähm... Also, vielleicht können wir diese Dinger ja sowieso starten. Äh, vom Planeten. Von einem Planeten. Da muss ich nicht diesen anderen Treibstoff da mit reinnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Weil das nervt mich eigentlich. Aber ich glaube, vielleicht geht das sogar schon. Schauen wir mal. So. Dann machen wir jetzt kurz das... Das Mini. Das Mini. Ja. Das Ding nenne ich einfach dann... Wer weißt du was? Wir bauen es gleich richtig. Was machst du, Cloud? Ich baue es gleich richtig. Achso. Na, dann ist es ja... Ach Gott. Ne. Komm. Ich will ja eigentlich einen Tank nur haben. So. Gut. Ich weiß, die Konsole ist dann natürlich hier so... Nur ein bisschen schräg auf quer, aber das ist ja egal. Es geht mir ja echt nur darum, dass ich das jetzt kurz checke, ob das geht. Und dann ein bisschen Weltraumrohre. Da kurz ein bisschen zum Reinladen. Und dann brauche ich ein Panel natürlich zum Betreiben dieser Dinger. Ich weiß was, da schauen wir, dass wir zwei Paneele... Konsole, geh mal bitte weg. Ich packe da zwei Paneele hin. So. Ähm. Genau. Einmal, ja. Speichern wird durchgeführt. Oh. Verdammt. Toll, überall habe ich jetzt Löcher, weil der immer wieder... Löcher reinsetzt. So. Okay. Oh. Raketentreibstoffmangel auf Novice, weil die Saviour natürlich ein bisschen wild da unten jetzt rum... rumtankt. So. Vielleicht da zwei Türen rein. Ich glaube, ich sollte die Saviour gleich mal hochschicken. So, Strommasten ran. Habe ich eigentlich... Okay, ich habe selbst gerade überhaupt nichts. Ähm. Ja, und dann... Einfach nach vorne hin spitzt zusammenlaufen. Beziehungsweise ich würde da einfach dann gerne vorne ein so ein... So ein Abwehrpinöbel ranpacken. Oder zwei. Ne, geht ja wieder nur einer. Oh Gott. Warum designe ich die jetzt eigentlich schön? Ich habe keine Ahnung, das ist ja nur ein Feldversuch. Wahrscheinlich will ich, dass der Feldversuch auch schön ist. Offensichtlich. Achso, die Dinger. Habe ich da überhaupt genügend Strom? Was kosten die an Strom? Ich habe nur zwei Paneele. Ein Megawatt. So, was... Was ist... Was kostet das denn? Das ist ja auch ein Megawatt. Ich habe da... Ich merke gerade, ich brauche ja sowieso... Bisschen mehr Paneele. Sonst funktioniert das ja sowieso nicht. Ach, Cloud. Was machst du hier schon wieder? So. Machen wir doch so. Oh nein. Bimmel, 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 bimmel. So. Jetzt aber. Und da vorne in der Konsole ran. Die ist jetzt ein bisschen offset, aber das ist ja okay. Also jetzt habe ich aber wieder nirgendwo Lasermasten. Ach, Mensch. Na gut, so weit fliegen wir eigentlich hier nicht. Es ist echt so blöd, wenn man das so in dem Format macht. Dann kriegt man das niemals ordentlich hin, dass das irgendwie symmetrisch ist. Und eigentlich bräuchte ich ja gar nicht so lange probieren, weil es... Ich sehe es ja dann eh sofort, wenn der sagt, nö, du hast die falschen Booster, um hier an... Um hier ran zu gehen. Ich würde eigentlich eh gleich sagen. Naja. So, wir haben das auf jeden Fall da. Was ist denn da jetzt, wenn ich da jetzt sage... No vies. Launch Disable. Na gut, das geht nicht. Achso, und ich habe... Ja, das nennen wir Eumel. Der Eumel. Ja, das ist einfach ein Eumel, das Ding. So, ich würde es kurz trotzdem betanken mit dieser komischen Soße. So, die Space Soße kommt da hin. Heißt die so? Ne, natürlich nicht. Die heißt natürlich nicht so. Ich bin nur so aufgeregt. Und wenn ich aufgeregt bin, mache ich komische Aussagen. Na guck mal, die Space Soße, die ist ja voll... Die ist ja ziemlich voll. Das ist ja cool. So, neun und fünf vielleicht. So, ja, sehr gut. Dann wird das hier mal befüllt. Schauen wir mal. Gott, sieht das Ding hässlich aus. Es wird wahrscheinlich in tausend Einzelteile zerballern. Aber ich möchte ja, wie gesagt, nur wissen, ob ich starten und landen kann. Im schlimmsten Fall zerlege ich das Teil dann unten einfach wieder und fertig, ja. So, jetzt ganz kurz. Die Savior. Brauchen wir irgendwelche Sachen? Ich glaube ja nicht, oder? Ne, ich würde die jetzt einfach dann... Wie viel haben wir da? 19 Kügelchen. So, hoch in den Orbit. Launch. Go. So. Ja, es wäre gut, wenn die das einfach fertig bauen würden. Oder ich... Weißt du was? Ich hole mir jetzt ein bisschen Boden. Weil ich glaube, ich habe halt keinen Boden und deshalb... Ja. Oh, auf Darkfair fehlen mir extrem viel Materialien. Sehe ich gerade wieder. So hat die Savior Auto gedockt. Ja, sehr schön. Wunderbar. Jetzt werden die... Die Klumpen hier abgeholt. Super. Dann machen wir wieder ein paar von den Sachen. Wie voll werden die Dinger? Warten wir kurz ab. Ja, ich habe natürlich jetzt echt das Thema, dass ich zu wenig Schiffdinger habe. Aber da könnte ich... Achso, ne, die hat er jetzt sicher aus dem Logistikding schon genommen. Ja, ich muss da eh warten. Das hilft ja eh alles nix. Hilft doch eh alles nix. So. Das sieht so hässlich aus. Ich habe sicher irgendwas vergessen, oder? Na gut, die Mauer wäre zumindest schon da. Machen wir nochmal hier Integrity Check. Ne, der will da gar keinen Integrity Check machen. Achso, weil da oben das auch noch nicht fertig ist. Okay, ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass der Raumschiffboden eher ein bisschen schwierig ist. Ja, dann muss ich warten. Oder ich hole hier ein bisschen Raumschiffboden. Weil ich wäre echt froh, wenn ich mir diese Flügelchen sparen könnte. Ich meine, die Flügelchen selbst, die würde ich sogar nehmen. Aber... Ja, das habe ich befürchtet. Dass die das dann natürlich gleich wieder da rausnehmen. So, habe ich da jetzt selbst welche mir geschnappt? Ne, natürlich nicht. Das ist ja wieder mal ganz toll. So, macht jetzt bitte. Komm. Ich brauche Boden. Ja, super. Würdet ihr das bitte nicht... So, jetzt komm. Bleibt da jetzt was über für mich. Ne, natürlich nicht. Das ist nur Temporär, Leute. Ja, keine Panik. Ich will nur jetzt gucken, ob ich das Ding da drüben vielleicht irgendwann mal... Ob ich das dann gleich mal fertig machen kann. Ne. Achso, ja, macht das Eumel fertig. Das hässliche Ding. So, weißt du was? So, dann machen wir das hier so. Ja, wie jetzt? Müsst du das Ding jetzt dann hier hinsetzen, bitte? So. Gut disabled by Script. Ja, puh. Geht jetzt was? Immer noch nicht. Komm, setz das endlich fertig. Ach, Mensch. Wie sieht's auf Darkflare aus? Passt. Ich glaube, wir haben jetzt echt auf Darkflare trotzdem zu wenig... Ähm, hier von den Dingen, oder? Habe ich da noch? Ja, hätte ich noch. Ich meine, da könnte ich auch wieder massenweise rausziehen. Ich muss nur aufpassen, dass die Kisten dürfen auf keinen Fall voll werden. Das ist eher mein Problem. So. Und leider haben wir da weniger Kapazität jetzt, dadurch, dass ich die Großkisten genommen habe. So, und jetzt muss ich da aber... So, naja. So, jetzt. Ah. Ah, ist das schön. So, novice. Kann ich da jetzt? Geht das jetzt? Launch. Ja, perfekt. Das funktioniert. Glaube ich zumindest. Jetzt schauen wir mal. Also, ich muss zuerst hier Speed, 200, natürlich, 200, 150 machen. Aber es sieht so aus, als brauche ich da nicht diese anderen komischen Triebwerke. Jetzt schauen wir mal, ob ich mit denen starten kann von novice. Das wird jetzt spannend. Oder ob ich da jetzt komplett im Eumel bin. Ja, bitte. Ankorren. So, einmal hier. Wo ankorren wir denn hin? Einfach komm, geh mal da hin. Zack. So. Jetzt bitte in den Orbit hoch. Orbit bitte auswählen. Danke. Launch. Okay, perfekt. Gut, ich brauche Gott sei Dank die anderen Dinge nicht. Sehr schön. Also, mit diesen Triebwerken kann ich überall hinfliegen. Ja, komm rein da mit uns. Ähm, okay. Ja, jetzt müssen wir das dekommissionieren. Also, hier einmal kurz ein Pimpchen in die andere Richtung, bitte. So. Ich möchte da... Wir müssen da sparen, ist auch klar. Wir müssen da jensen. Ja, jensen, ganz wichtig. Ähm. Und drehen. Jetzt schauen wir mal, ob wir das da noch reinkriegen. Wahrscheinlich ja nicht. So, aber das bedeutet für uns natürlich... Ich kann das mal alles mitnehmen, das ist schön. Vielleicht den Tank noch nicht, aber den ganzen Rest. Auch hier den Boden nehmen wir auch mit. So. Jetzt setzen wir den normalen Boden wieder drauf. Sehr schön. So, und da warte ich einfach. Ich schaue mal. Ich keine Ahnung, wie ich schaffe, dass das leer wird. Wahrscheinlich ja nicht, aber schauen wir mal. So, das bedeutet, zum Glück brauche ich die, Dinger nicht. Ich glaube, ich lasse die Flügelchen trotzdem ran, weil irgendwie finde ich die ganz süß. Aber ich brauche zumindest dieses, dieses Ding nicht. So. Weil wir brauchen eh Wassertanks in Wirklichkeit auch. Oder brauchen wir... Ne, wir brauchen eigentlich keine Wassertanks. So, naja, gut. Dann kommt das jetzt mal alles wieder weg. Aber irgendwie finde ich die Flügelchen süß, also die lassen wir dran. So. Hier kommt Boden ran. So. Und was ich jetzt auch noch mache, ich werde jetzt ganz kurz die Händisch zurückbringen. Aber wir werden einfach gucken, dass wir jetzt so ein AKW-Ding natürlich da irgendwie dann ranpacken. Also Händisch zurückbringen wäre ja hier. So, also einmal kurz das Teil da rein. Das Teil da rein. Genau. Und eigentlich würde ich dann gerne... Na gut, die Dinger da oben, die kann ich eigentlich Händisch jetzt schnell mitnehmen. Obwohl ich könnte die eigentlich auch auf passive Anbietungskisten stellen. So. Dann würden die das Zeug da auch holen. Das passt ja dann. Gut. Ja, das ist jetzt schön. So. Ich glaube aber echt, dass das Ding ein bisschen zu groß wird, oder? Ich glaube, das Ding wird ein bisschen zu groß. Möglicherweise. Ja, zur Not kann ich die Flügelchen ja dann wegreißen. So. Gut. Einmal kurz Boden ran. Wieder Boden ran. So, dann machen wir da erstmal 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann schauen wir mal die Dinger. Können wir eigentlich da einen ranpacken? Dann da einen ranpacken. Dann sollte das auch gut passen. Ich glaube, das wird viel zu groß übrigens. Ich glaube, ich habe da vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht habe ich da dann doch ein bisschen übertrieben. Mit der Größe. Ja, wobei, komm. Dann jetzt müssen wir gucken, dass wir da doch jetzt irgendwie so ein bisschen zumindest, ähm. Machen wir mal 3 mal 3. Aerodynamisch furchtbar. So, dann 3 auf 4. Dann 3 auf 3. 4, 5. 5. Ja, cool. Hey. Wie ein kleiner Delfin. Also das Ding ist eigentlich vollkommen umsonst, weil da eh die Flügelchen dran sind. Warum auch immer ich da Flügelchen mache, ich weiß es doch selbst nicht, Leute. Aber es ist wie ein designtechnisches Anliegen aus Gründen. Dann würde ich aber da vielleicht sogar, nee, machen wir den so. Machen wir den da so hin. Und da dann vielleicht hier so doppel oder so. Ach so. Habe ich, wartet mal, habe ich, nee. Eigentlich müssten da ja 2. Okay, irgendwo habe ich da einen Hund drin, merke ich gerade. Oh mein Gott. Wo habe ich da jetzt ein Problem drin? Wartet mal kurz. Ach, Schande. Ich merke gerade, das könnte ein Thema werden. So. Wo ist da jetzt hier? Das ist eigentlich die Mitte da vorne. Okay, ja, super. Jetzt haben wir ein Thema. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, toll. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, passt schon nicht mehr. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da passt es noch. So, wo haben wir da dann jetzt einen Hund drin? Da haben wir eins zu viel. Warum haben wir da eins zu viel? Gute Frage. Weg damit. Ich brauche da eigentlich Bodenfliesen. So, 1, 2. Und dann dann nach oben. So, oder? Wie ich das hasse, das Zeug symmetrisch zu machen. Boah, ich werde wahnsinnig. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, da nach oben. So. Genau. Und dann schauen wir mal, wie sind wir jetzt hier unterwegs? Passt das jetzt noch? Ne, da haben wir schon wieder eins zu viel. Flucht. Ich bin einfach zu blöd. So. Ja, weil ich auf der einen Seite natürlich die Mauer dabei habe und auf der anderen nicht. Ich bin... Ja. Es wird sowieso viel zu groß werden. Ich sehe das schon kommen. Ich würde einfach sagen, ja, sag mal, bist du denn des Wahnsinns? Das ist doch viel zu groß hier so. So, jetzt passt es. Ja. Jetzt sind wir richtig. So, und jetzt da oben nochmal. Einmal. Zweimal. Nochmal da so ein Bötchen ran. So. So, einmal da nach oben natürlich. Wie sieht das überhaupt aus? Theoretisch müsste sich das ausgehen und dann machen wir da einmal noch nach vorne. So. Genau. Und da vorne kommt Masten hin. Einmal Strom-Masten. Haben wir da überhaupt noch? Ja, das geht sich platztechnisch... Geht der da mitten rein? Nee, oder? Na gut, hätte ich mir... Hätte mich gewundert. So. So. Und ich würde da einen Laser würde ich sogar einfach da vorne als quasi Begrüßungsding hinpacken. Für alle Asteroiden, die meinen da, sich irgendwie rein verirren zu müssen. Wahrscheinlich sollte ich eh mehr Laser machen. Ich glaube, diese Schildabwehr-Dinger sind eh nicht so ideal für Komplettabwehr. Ja, aber schauen wir mal. So. Gut. Ja, dann können wir das Zeug wieder löschen. Hier, diese Hilfsbänder. Ich weiß, jetzt ist auch wieder einiges am Boden weg. Ist mir schon klar. Ach ja, dann Boden ran, bitte. So. Sieht irgendwie seltsam aus. Der Weltraum-Delfin. Schön, oder? Ich bin unsicher. Ja, ist jetzt egal. Ich baue den jetzt einfach mal leer. Ich würde da echt nur... Jetzt muss ich mir sehen. Der Reaktor dann auch noch rein. Jetzt ist die Frage, wie wir den da reinkriegen. Na gut, das wäre ja auch ein Thema. Das kriegen wir auch hin. Also einmal kurz Reaktor bauen. Wie viel hat der? Ich glaube, ich müsste sogar zwei bauen, oder? Also ideal wäre sogar, wenn ich das so mache, aber das ist zu viel. Also mit zwei brauche ich vier von denen, mit einem brauche ich zwei von denen, oder? Wie war das? 400 Megawatt, und was braucht das Ding? 560? Nee, da reicht ja dann sogar einer. Ich glaube, ich sollte zwei machen, oder? Ja. Also rein von der... Von der Ding her mache ich... Ich mache zwei. So, ich packe die aber jetzt erstmal vom... Vom Konzept her... Ich packe mal zwei rein. Einfach nur... Wisst ihr, warum, dass ich zwei mache? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil ich möchte, dass das hier sich irgendwie ein... Einfindet. So, zwei von denen. Da brauche ich ein paar Hitzepipes. Da brauche ich dann, ähm... Plus 100%. Das bedeutet, dass einer 8, dann sind wir bei 1600. Da kann ich dann drei, drei so Heizdinge eigentlich ranpacken. Oder zwei. Oder drei. Wisst ihr was? Ich packe drei dran. Eigentlich, ich würde vier ranpacken. Boah, setzt doch bitte endlich hier diese Bodenstücke. Das kann es ja nicht sein. Ach ja. Ist es übertrieben? Ja, wahrscheinlich schon. Ach so, und ich habe jetzt noch gar keine Türen. Also ich würde da dann... Türen reinsetzen, glaube ich. Dann machen wir vielleicht hier. So. So. Oder wo ist denn da der? Ja, genau da. Weltraumtüren bitte setzen. Ja, so natürlich nicht. Also einmal auf N. So, einmal den da. Zack, zack. Und dann da drüben. Kann ich das eigentlich drüber setzen? Ah, das geht sogar. Cool. Sehr schön. Gefällt mir. So. Mastentechnisch, der ist eh verbunden. Ja, das passt. Ähm, kurz nochmal hier zurück nach Darkflare. Läuft alles. Ja, doch, das läuft alles so wie es soll. Gefällt mir. Ja, das passt schon so. Okay, Darkflare, alles gut. So. Reaktoren. Ähm. Ja, warum? Ich habe hier jetzt, weil ich vier, da brauche ich dann acht. Brauche ich bei zwei, aber nicht vier, sondern eigentlich würden da zwei reichen. Wobei die ja dann, die haben ja dann, äh, 100% Neighbor Bonus, also eigentlich 800 produziert dann einer. Also es sind zusammen 1600 und ein so ein Ding braucht fünf, also kann ich drei bedienen damit. Aber das Problem ist, wenn ich die jetzt, ah, das ist so blöd, weil das dann so unsymmetrisch wird. Das gefällt mir gar nicht. Ich hasse das, wenn das unsymmetrisch wird. Ich brauche aber, also ich brauche dann auch zwei von diesen High, ähm, oh, das wollte ich so nicht. Falscher Knopf. Ich brauche dann auch zwei von diesen High Temperature Exchangern. Ich meine, vielleicht kann ich das so machen, dass das dann nicht so unsymmetrisch ist. Gut, die würde ich aber dann eh sogar eher nach hinten setzen. Boah, mich stört das irgendwie. Aber ich kriege es einfach anders, kriege ich es symmetrisch nicht hin. Ach, was haben wir da? Okay. Ich hole mal jetzt ganz kurz da drüben die... Ja, das... Ja, okay. Ah, ich sehe gerade, ja, das ist... Leider kann ich das nicht ganz raus... Aber ich könnte die rausziehen. Das geht's. So, dann nehmen wir das mal mit. Auch den Boden gerne mitgenommen. So. Ich möchte trotzdem den Tank, der soll jetzt hier, ähm... Ich möchte das Zeug nicht verschwenden. So. Jetzt schauen wir mal. Ja, genau das wollte ich. Die schaffen das jetzt zu setzen hier rüber, hoffentlich. Oder auch nicht. Naja. So halb zumindest. Ähm, okay. Ich meine, ich könnte mir eh mal so vier so... Ja, ich weiß, ich kann drinnen nicht fliegen. Alles gut. Ich brauche eben ein paar... Gut, die Dinger habe ich. Normale Heatpipes. Das passt. So, wo waren denn die jetzt? Hier einmal... Vier von denen eigentlich. Habe ich hier eins zu wenig. Zwei von denen. Ich weiß was, zwei Reaktoren nehme ich auch einfach mit. Mach mal schneller. Ich brauche das. Und eigentlich muss ich dann von denen eh auch... Warum habe ich... Ach so, weil ich jetzt keine Low Denses mehr habe. Ist eh klar. Zwei haben wir da und da haben wir vier. Sehr schön. Und da ein Reaktor wird gebaut. Gibst du mir die Low Denses zurück? Weil ich muss da auch ein paar machen von denen. Ach ja. Da war echt ein Doppelreaktor, der eigentlich voll übertrieben ist. Ich glaube, nee, komm, ich mache das wirklich mit einem Reaktor. Ich baue da echt... Nee, komm, ich mache das mit einem Reaktor. Ganz ehrlich. Komm. Ein Doppelreaktor auf einem Raumschiff ist echt übertrieben, behaupte ich mal. So. Ich lasse das so. Ich mache nur... Ich mache nur einen. Komm, der macht einen Gigawatt, liefert der. Oder? Nee, 400 Megawatt. Ah, wobei, das ist ja dann weniger als... Was hat... Was hat die... Was brauchen die Interstellar? Ja, die hätten aber einen Gigawatt Produktionsleistung. Ach, nee, da muss ich... Ja, aber ich weiß nicht. Output 100 Megawatt Hitze. Und da kommt aber Hitze. Ich weiß nicht, wie viel Dampf der... Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich diese Hitze in Energie umwandle. Aber wahrscheinlich, wenn der sagt, 100, äh, 400... Ich glaube, ich mache doch zwei. Aber der da unten hätte 4 Gigawatt geliefert. Nee, nee, passt schon. Weißt du was? Ich mache doch zwei. Ich habe mich umentschieden. Ich will zumindest zwei Gigawatt haben. So, also dann doch bitte... Noch ein so ein Ding da ran und noch zwei von denen. Sehr gut. Auch wenn sie übertrieben ist. So, dann schauen wir mal. Weil wir brauchen ja da dann auch... Wir wissen ja, diese komischen Interstellar-Dinger brauchen wir da dann. So, da kommt alles Hitze. Können wir ja so machen. Also, nee, können wir nicht. Ich muss da aufpassen, weil ich muss ja auch die... Die Dinger irgendwie... Das Wasser irgendwie da hinkriegen. Komm, dann machen wir so. Hätte ich gesagt. Also, ich habe ja vier von denen. Die ist zu lange. Ultra long. Was macht die dann? Nee, die sind alle so unsymmetrisch. Das passt mir hier überhaupt nicht rein. Also, egal. Komm, dann machen wir die Breite. So. Wird wahrscheinlich dann je nachher noch alles umgebaut. Aber erst mal... So, ran da. Und ran da. Ich muss da ja eh natürlich dann wieder... Ach ja, das wird spannend. So. Gut, das hätten wir. Wie gesagt, da kommt natürlich Wasser ran. Das wird da reingepresst. Mit der Pumpe beidseitig. Weil ich mache es lieber so. Oder eigentlich nach unten hin. Weil ich möchte das eh so, dass das irgendwie so... Da so möglichst alles einheitlich ist. Das Problem wird leider wieder das Wasser sein. Schauen wir mal. So. Gut, das könnte ich sogar hier hinpacken. Nee, geht nicht, weil ich muss ja eine Pumpe... Ich sollte ja eine Pumpe reinpacken. Mach mal lieber von oben runter. Oder? Ja, kompakt ist was anderes. Ich könnte das natürlich auch so hinpacken. Und du darfst nur pumpen, wenn der Wasser kleiner als tausend ist. Wir kennen das Prozedere hier Wasserfässer ausleeren. Ja, ja, alles gut. Wasserfässer leeren. Du bist hier ein normales Empty Water Parallel. Ja. Das haben wir aber genau da... Nee, weißt du was? Machen wir da hin. So. Also, das ändert aber nichts an der Tatsache, oder? Nö, das ändert nicht viel. Dann habe ich ja trotzdem hier keinen Platz. Ich würde da zumindest gerne so viel Platz behalten. Ja, gut, das kriegen wir eh alles nicht hin. Oh, Leute! Komm, machen wir das mal. Könnte ich eigentlich ganz unten hinpacken. So, weg damit. Ah, ich sehe gerade, ich habe da auch Dome noch nicht gesetzt. Ah, ja, ja, ja. Das ist natürlich auch ein Thema. Das darf ich auch auf keinen Fall vergessen. Die würde ich jetzt gleich, ganz ehrlich, die würde ich jetzt gleich gerne setzen. Damit wir die hier quer durchs Raumschiff verfügbar haben. Du kommst dann mal weg, weil dich brauchen wir hier sowieso nicht. So, ähm, da sind wir. So. Genau, passt. Dann sind die auf jeden Fall verfügbar. Und da würde ich dann einfach, sollen wir da so Pufferdingen? Nee, ich würde da lieber echt Anforderungskisten machen. Aber jetzt noch nicht. Und da mache ich, warte mal, da mache ich ein 1er Stacks. Du musst übrigens rausziehen. So, rausziehen und da reinziehen. Und da schalten wir um auf 1er Stacks, damit wir da, also 1, 1 Item alleine. So. Weil wir müssen da natürlich auch dann hier einmal Dampfdinger. Würde ich auch dann pumpen und einfach, wir verlieren da extrem viel Platz, merke ich gerade. Nee, ich glaube sogar, ich werde das rausziehen, werde ich pumpen. Das Reindrücken gar nicht. Ja, und da machen wir irgendwie so ein Ding. So. Und dann werden wir die verbinden. Genau. Dann wird nämlich nur dann reingepackt, wenn da, also 25, 50, 75, 100, 1000. Also würde ich sagen, wenn wir da, wobei ich muss da definitiv mehr, mehr Dampf ranpacken. Eigentlich nie, das müssen wir anders machen. Weil so ist natürlich echt wieder Platz verschwendet. So ist natürlich echt wieder Platz verschwendet. Machen wir lieber so. 1, 2, 3, 4. So. Habe ich jetzt echt dann nach hinten Platzproblem, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich haben wir dann nach hinten Platzproblem, weil die Dinger, ja, die brauchen doch relativ viel Platz. Gut, die könnte ich aber so machen. Zur Seite raus. Ich werde jetzt, komm, ich mach die Wassertanks mal weg. Ich weiß, sollte man so nicht machen, weil da dreht das, ähm. Geht sich das aus? Ja, wunderbar. So wird es sich noch ausgehen. So. Also 25, 50, 75, 100. 150, 150, also würde ich sagen, dass wir da nur reinpacken, wenn Dampf kleiner als 75.000 wird. So. Genau, und jetzt ist die Frage. Ich meine, ich muss da auf jeden Fall Pumpen machen. Jetzt ist die Frage, sollte ich seitlich raus, oder? Und jetzt ist die Frage, sollte ich das so machen. So. Verliere ich natürlich wieder viel Platz, aber wir brauchen, ja gut, aber andererseits machen wir es eben einfach so und dann kann ich das noch ein bisschen nach unten packen. So, dann könnte ich sogar theoretisch das Wasser da rausziehen. Vorbei an diesem Ding da. Ich meine, ich muss nur natürlich berücksichtigen, dass andere Zeug, das ist die Frage, reicht das hier? Wahrscheinlich müsste es ja sogar reichen. Ich brauche drei normale Turbinen dann noch, die könnte ich dann aber hier, Moment, dann machen wir da ganz kurz hier den da. Ja, dann machen wir eben die Teile. Ne, ich muss da auch mit Pumpen arbeiten. Aber gut, ich könnte die ja so, so hinpacken. So. Sogar eins nach oben vielleicht. Ich glaube, das geht. Das geht sich natürlich jetzt wieder genau nicht. Oh, ich hasse, ich hasse es. Warum mache ich das nochmal alles so eng? Achso, das Schiff wäre eh schon groß genug. Na, egal. Okay. Ich könnte da natürlich auch so ein Dreierding ran. So. Dann machen wir da so. Macht es nicht besser, oder? Gefühlt. Aber ich weiß auch noch gar nicht, wo bringe ich jetzt die andere. Moment, ich werde jetzt eins kurz machen. Wie voll ist denn die Savior? Ja, damit wir uns wieder ein bisschen ablenken können. Wir haben hier auf jeden Fall 48. Ach, die ist komplett voll. Ja gut, dann werden wir die Savior jetzt natürlich zurück nach Dingen schicken müssen. Nach Darkflare, hätte ich gesagt. Weil, ich meine, warum nicht, oder? So, aber die braucht er eh so lang. Wie sieht es mit den Acrospheres aus? Acrospherik gut, mehr oder weniger. Ja doch, sieht gut aus. Wir haben zwar sehr viel Epsilon und Theta, aber pfff. Joa. Hilft jetzt nichts. Aber das Zeug forscht. Hier, ja, läuft. Ist voll. Ist voll, also. Joa. Alles gut. Aber ich sehe mal, die Hülle wäre sogar fertig. Jetzt ist eh noch die Frage. Wie gesagt, wir müssen ja da jetzt auch noch irgendwie die drei. Gut, ich meine, ich habe ja da noch Platz. Es ist ja jetzt nicht so. Kann ja die zum Beispiel. Ganz ehrlich, ich kann die noch da hinpacken. Das tut ja jetzt nicht weh, weil das hinten ist ein Seiladeraum. Und je mehr Pumpen, desto besser habe ich gehört. Also machen wir jetzt einfach Pumpenchaos. So. Dann mache ich da einfach da den da. Ist ja okay. Aber wenn das hier eh schon so breit ist, dann mache ich da einfach dann so. Dann ist es ja eh schon egal. Auf gut Deutsch. Gut, wobei egal natürlich nicht. Aber. Da komme ich ja so nicht durch. Ja, das ist natürlich sehr gut durchdacht. Die Frage ist, reicht eine Seite? Ich denke mal, eine Seite wird ja wohl reichen, dass das Wasser rauskommt, oder? Ah, gefällt mir gar nicht. Ich würde ja ganz gerne irgendwo dann noch die Wasserzufuhr unterbringen hier. Gut, das würde aber hier noch Platz haben. Aber dann geht sich das wieder nicht mehr aus. Ach Gott. Warum? Warum mache ich das nochmal? Also ich möchte die auf jeden Fall separat haben. Das lassen wir so. Gut, ich könnte das nach oben. Ja, so machen wir. Guck mal. Ist ja voll integriert jetzt hier. So. Gut, jetzt haben wir nur natürlich hier wieder das Ding. Mir würde das echt gut gefallen, wenn das hier drin ist. Aber das geht sich natürlich dann wieder hinten und vorne nicht aus. Ja, und ich weiß nicht, ob der... Ich befürchte, dass da das Wasser dann staut. Dass das zu wenig Abfluss ist. Wir haben es ja da drüben gesehen. Gut, wenn ich die einfach... Ich könnte die ja noch eins weiter reinsetzen. Weil im Endeffekt, warum? Die müssen ja nicht getrennt sein. Voneinander. Die beiden Dampfdinger. Glaube ich. Die können ja ruhiger auch hier zusammen sein, oder? Das ist wahrscheinlich nicht gut, aber naja. Dann machen wir es eben so. Ändert das jetzt irgendwas? Ne, das ändert eigentlich gar nichts. Außer, das ist noch schlimmer. Ist gut, ich könnte natürlich auch einfach nur vier Dampfdinger. Als Vorrat. Ja, dann verbrate ich so viel von dem Zeug. Oder ich mach's überhaupt, weiß ich was. Ich mach's ganz anders. Weil eigentlich, ich würde gerne schon mehr von den Dampfdingern da haben. Weil je mehr, desto besser, behaupte ich mal. Es ist ja auch alles schön Lagerkapazität. So. Gut. Dann haben wir da nämlich sogar 200. So, hier schön doppelt gemoppelt. Dann können wir da nämlich... Was haben wir da jetzt? Kleiner als 75. Ich bleib da trotzdem klein auf... Als 75, das passt. Was mach ich? Was mach ich da jetzt genau? Das mal wieder weg. Okay. Hab's verstanden. Obwohl das eigentlich ganz cool gewesen wäre. Aber naja, das ist typisch ich. Keinen Plan, aber davon sehr viel. Achso, andersrum. Das geht sich so natürlich jetzt wieder genau gar nicht aus. Wenn ich's eins raussetze, hier. Ja. 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 Ja, das geht sich... Ach Gott. Ja, das ist echt irgendwie... Nee, komm, ich muss das... Ich muss das nach hinten machen. Weißt du was? Jetzt nehmen wir das einfach mal weg hier. Und setzen das einfach ein kleines Stück nach vorne. Zu viel. So. Dann machen wir die Dinger doch nach hinten. So, machen wir doch so. Äh, bitte. Ah, ach, das kann ich nicht rotaten. Okay, dann rotate ich es eben nicht. Dann setze ich es eben auf Anhieb richtig hin. Ist ja auch okay. Ist ja grundsätzlich auch eine Möglichkeit. So. Richtig hinsetzen. Ach so, das ist jetzt... Äh, das geht so natürlich wieder nicht. Wahrscheinlich kommt da jetzt ein hoffnungsloser Blödsinn raus. Aber da haben wir natürlich jetzt das Thema. So. So. Eins, zwei, drei. Das weiß ich, ich setze hier einfach auch direkt dran. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jetzt müssen wir nur irgendwie die Wasserleitung da noch rauskriegen. Ja, und das ist natürlich wieder ein Thema. Gut, ich könnte es natürlich... Ach, ist was? Anders. Machen wir anders. Wir lassen einen Abstand. So. Da ein bisschen sparen. Ich weiß es doch auch nicht. Ob das jetzt klug ist oder nicht. Ja, eigentlich... Ne, der Sparen hat mir jetzt genau gar nichts gebracht. Weil ich wollte ja eigentlich da... Dann den da machen. So, da bringt mir der Sparen natürlich gar nichts. Ja, das ist schlecht. Ich weiß, das ist nicht gut. Wenn das hier so zusammengeschlossen ist. Aber leider geht das jetzt nicht anders. So, und da könnte ich ja jetzt trotzdem die Siebener nehmen. Dann haben wir zumindest nämlich die Dinger irgendwie... Wahrscheinlich wird das Teil irgendwo mitten im All verschollen sein dann. Ich sehe das schon kommen. So, das ist ja Dampf. Und was haben wir dann da? Dann können wir aber hier auf jeden Fall die Wassertanks da unten hinpacken. Ich habe keine Rohre bald mehr. Ich könnte natürlich da einfach auch... ...natürlich ein paar Pimpchen machen. So, und da dann natürlich... ...weil mein Traum ist ja, dass das hier so integriert ist. Oh, das ist mein Traum. Ja. Aber wir müssen da natürlich schauen, dass wir da dann schon... ...ja, auch entsprechend das so machen. Sonst bringt mir das ja wieder gar nichts. Jetzt habe ich keine... Ach Mensch, muss ich jetzt echt... Ja, jetzt muss ich echt Rohre holen. Und das Schiff übrigens... Ich muss ja mal gucken. Gucken wir da mal kurz, wenn ich die Konsole dazu anschließe. Was sagt denn der da? Bin ich da überhaupt drüber? Oh! Ja, ich bin sogar drüber, sehe ich gerade. So, wie war das jetzt nochmal? Ja, ich glaube, ich werde diese Flügelchen dann wegpacken wieder. Egal, ich versuche jetzt mal diesen blöden Reaktor da fertig zu kriegen. Was wollte ich jetzt euch? Und ich habe nicht mal Streamline? Du wirst mich wieder verarschen. Ja, ich packe die Flügelchen jetzt weg. Brauchen wir nicht mehr. Blöde Flügelchen. Ja. Super. Was für eine Freude. Ähm, Rohre bitte. Und wenn ich schon mal dabei bin, nehme ich 50 Knie auch mit. Hm. Es bleibt spannend. Nicht? Naja. Na, ich glaube, ich packe die Flügelchen jetzt echt weg, weil ich glaube wirklich, dass die massiv Probleme in der, in der Performance, äh, Bewertung der B-Note liefern. So, da würde ich dann sogar eher so hergehen, dass ich da sage, ich mache da noch. Und ich brauche da natürlich einen Schildgenerator. Schauen wir mal, wie wir den hinpacken. Ich lasse es jetzt einfach so, oder? So mit, mit einem, einem kaputten Flügelchen. Wäre das nix. So. Ja, das packen wir da, was ich würde, aber dann gerne. Ja, komm, machen wir so. Ist okay. Dann lassen wir da die Mauer da doch so dran. Das wird zwar jetzt Streamline-mäßig auch sagen, nicht, nicht so ganz dolle, aber naja. Okay. Ja, schön ist was anderes, ist mir schon klar. Ja, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal dann ein bisschen schöner noch. Ist ja jetzt erstmal nur ein Prototyp. Wir müssen ja sowieso schauen, wie wir das, wie wir das hinkriegen, dass das alles gut funktioniert. Ähm, ja. So. So. So, und du darfst nur pumpen, wenn da kein Wasser drin ist. Kleiner als Tau sind. Oh, wir haben kein Petroleum mehr. Ja, ich habe jetzt leider gerade keine Zeit dafür, ich muss ein Raumschiff gestalten. Klingt komisch, ist aber so. So. Wie sieht es jetzt aus? Mach mal. Ja, jetzt passen wir genau. Also, ich könnte sogar noch... Also, wie war das, wenn ich mehr Mauern setze? Wenn ich mehr Mauern setze, glaube ich... Boah, wie war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Na, egal. Gut, momentan Hüllenstress passt. Kriegen wir hin. So. Jetzt muss ich dieses Kunstwerk von da drüben natürlich da irgendwie mit replizieren. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. So, und dann da da einmal so hoch bis da her. So, oder? Und da kommt das Ding ran. Dann machen wir da einmal den da. Einmal da den da. Und einmal da den da. Und dann einmal da den da. Und dann brauchen wir jetzt Anforderungskistchen. Und Abwurfkistchen. So. Abwurfkistchen. Anforderungskistchen. Solange Wasser kleiner als 1000 ist, solange Wasser kleiner als 1000 ist, okay. So, also es ist jetzt hier... Puh, ja, du, ähm... Weiß man jetzt nicht so genau. Ich mache da auf jeden Fall so Masten rein. In die Mitte. Ich freue mich ja, wie gut oder schlecht, dass die Dinger befüllt sind. Dann würde ich da ganz klar... Dies, das natürlich... Ich muss mich da ja abschirmen. Gegen böse Strahlung. So. Da ein bisschen... Jetzt ist die Frage, wenn ich da jetzt mehr... Wie wäre das nochmal, wenn ich da jetzt mehr setze? 2900 irgendwas. Wenn wir jetzt Spaceship Walls, wird es ja weniger dann. Genau, wird jetzt noch weniger. Je mehr, dass ich das setze. Und irgendwie war es dann, ich glaube, ab 355 minus oder so. Irgendwie bringt es, glaube ich, nichts mehr. Irgendwie so ganz komisch. Ich weiß es ja auch nicht mehr. Ich kapiere das ja auch immer noch nicht so genau. Okay, Wasser kommt rein. Das ist, glaube ich, schon mal gut. Okay. Was ich aber jetzt ja wohl ganz ehrlich machen wollen würde, wäre, dass ich da jetzt hier diese Kistchen hinpacke. Da, wo ich nämlich ganz klar einmal diese Antimaterie-Sachen puffern wollen würde. Das ist einmal 48... Achso, das ist sogar 50. Ähm. Ah, ist die Frage, wenn ich da 100 von denen da... Nee, weißt du was? Die packe ich nicht da ran. Das ist hier ein Blödsinn. Ich packe die einfach da ran, hätte ich gesagt. Ähm. Weil das Problem ist, ich kann die ja hier nicht direkt... Leider kann ich die nicht direkt, ähm, anschließen. Die muss ich ja mit diesen komischen Fuel-Cells befüllen. Ja, komm, mach doch mal 500, ist ja eh egal. Aktuell haben wir ja eh nichts. Wichtig ist, glaube ich, nur ich würde auch ganz gerne... Ähm. Machen wir das Rote als Schiff-Inventar. Das geht sich wieder nicht aus, ist eh klar. Wasser brauchen wir dann natürlich auch irgendwie. Gut, das ist jetzt die Frage, ob wir da nicht irgendwie 480 von denen als Wasser mitnehmen. So. Dann sind wir einfach voll, weißt du? Dann brauchen wir gar nicht so viel Puffermaterial mitnehmen. Dann ist das hier ein abgeschlossenes Ding. Ja, es sieht doch dann schön aus. Dann ist das ein Raumschiff im Raumschiff quasi. Machen wir jetzt einfach mal. Ja, ist natürlich hier wieder ganz blöd, weil das hier nicht geht. Aber ist egal, dann... Ja, wobei... Nein, den bitte nicht wegreißen. So. Wir werden sowieso hier, glaube ich, massive Probleme... Das heißt, ich mache das auch so, dass das hier nicht so ist, sondern das ist dann so hier. So. So. Ein bisschen. Zumindest der Wille zählt, oder? Ich würde eigentlich ganz gerne mit dem Ding jetzt irgendwo hinfliegen. Einfach nur mal, um zu gucken, ob es uns komplett um die Ohren fliegt oder ob da was gehen würde. Ich befürchte, es fliegt uns komplett um die Ohren, aber schauen wir mal. So. Ach, du bist mir da verarschen. Ist jetzt schon wieder so ein blöder... Ich hasse diese Dome. Warum ist der immer im Weg stehen, Dome? Kann mir das irgendjemand erklären? So. Gut. Hier mal kurz ein bisschen... Erstmal warten, bis das Ding leer ist, hätte ich gesagt. Jetzt die Frage, haben die... Eigentlich müsste ich da schon... Antimaterie-Kanister müsste ja da sein, oder? Irgendwo da oben. Was haben wir denn da? Der ist ja sogar eigentlich... Oh ne, da haben wir gar nichts da, weil... Oh. Ah, weil wir hier jetzt natürlich doch wieder ein bisschen schneller äumeln, als ursprünglich gewollt. Ja gut, aber die Dinger habe ich eh da drüben. Nehmen wir die eben hier mit, das ist ja auch okay. Bin ich einfach mal so frei. Oh, eine strahlende Zukunft. Ich habe Antimaterie-Kanister in der Tasche. Und ich mache vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich habe jetzt natürlich wieder überhaupt keine Paneele hier irgendwie. Sollten wir vielleicht auch reinmachen. Zumindest ein bisschen Solarpanel-Zeug. Ja toll. Wieder mal überhaupt nichts mit. Einmal. Zweimal. So. Und, ähm... Ja, das müssen wir eigentlich anders machen. Ich habe es befürchtet. Komm, lass das mal. Bitte, bitte jetzt nicht, nicht starten. Ja, toll. Mach mal weg. Mach mal weg das Zoll. Danke. Super, jetzt ist der... Ja, toll. Ähm... Ich würde jetzt trotzdem gerne... Jetzt wartet mal kurz. Irgendwo da oben das Control-Center da machen. Wir haben eh da oben. Ja, da ist eh auch noch so ein Ding. So. Ich würde nämlich das Schnürchen da jetzt doch kurz wegreißen. Dann machen wir da... Wo mache ich denn diese Steuereinheit hin? Ja, einmal so ein Und-Ding. Weil ich würde nämlich ganz gerne, ähm... Das Ding ein- und ausschalten können. Das wird zwar jetzt nicht sehr symmetrisch werden, aber das ist mir egal. Wie sieht das? Das wird sich jetzt wahrscheinlich... Doch, geht sich sogar aus. Aber hier geht es natürlich wieder nicht. Na, toll. Das ist natürlich wieder ganz toll. Ja, neben so und so. Auch gut. Sag jetzt nicht, dass das nicht reicht. Oh, ich hasse diese Masten. Ich hasse alles. Ach, Claudia, wenn du alles hast, warum spielst du das Spiel dann noch? Ja, das frage ich mich auch immer. Ähm. Müssen wir es wohl so machen. Ändert aber nichts. Nichts. Nicht wirklich was. So. Dann schließen wir es eben doch da an. Ist ja egal in Wirklichkeit. Ne, wobei da... Ah, das darf ich ja da gar nicht anschließen. Das ist immer da ein Problem. Nein, das geht sich hier wieder nicht aus. Ach, ich könnte dem Strahl. Ähm, ja. Genau. Nö, nö, glaubt nicht. Nicht jammern. Nicht jammern. Ist alles gut. Es ist alles gut. Gut, ich könnte es natürlich... Müssen wir beidseitig symmetrisch machen. Ist ja okay. Dann machen wir es eben beidseitig symmetrisch. Auch gut. Das haben wir eben da. A und... Und... Oder... Ja, komm, machen wir A und B. Output... Output, ähm... Stern. Ja, machen wir einfach. Wir sagen, du darfst nur, wenn Stern gleich 1. So. Strom bitte weg. Das sind nur Signalmasten. Gut. So, und jetzt machen wir hier... Da machen wir das jetzt. Einmal das rote Signal. Das ist das... Also ich würde sagen, das rote sind die schiffweiten Steuersignale oder so irgendwie. Egal. So. Dann kommt da mal das ran. Das macht hier, wenn Dampf größer als... Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das jetzt beidseitig größer ist. Wobei, weiß was, das machen wir auch eher da unten hin. Mache ich zwei von denen hin. So. Einmal, wenn Dampf größer als... Äh, kleiner als 75.000 ist. So ist richtig. Dann ist A gleich 1. Ja. Können wir das so hin? Geht sich das jetzt hier aus? Oder ist das auch schon wieder zu weit? Das ist wieder verarschen. Das ist auch schon wieder zu weit. Okay, dann eben. Machen wir es eben so. Auch okay. So. Gut. Und das muss dann da. So. Also A ist 1. Und da machen wir... Wenn... Ähm... Was machen wir denn da für ein Symbol? G für Go. Wenn Go gleich 1. Das schalten wir oben quasi eben. So. Dann machen wir B1. Okay. Und dann muss ich jetzt hier das rote Signal ran. Das ist der Maschinenraum. Das ist schön. Ähm. Okay. Dann jetzt darfst du ruhig nochmal das Zeug hier ranholen. Antimaterie. Dinger. So. Machen wir... Ja, machen wir 500. Das ist zumindest eine Reihe. Ja, würde ich gar nicht... Gerne gar nicht machen. Dann würde ich ganz gerne da einfach so... Können wir eh da hinten... Oder ich... Nee, ich mach das da hin. So. Und dann machen wir da. G für Go. Gleich 1. Das kann ich dann aus- und einschalten. Machen wir da wieder die berühmte Lampe ran. Dann machen wir auch... Achso, nee. Das hilft dann nichts. Ähm. Ja. Jetzt bin ich wieder verwirrt. So. G und Grün. Und dann machen wir einfach... Wenn G... Gleich 1. Dann ein bisschen Grün. Dann kann ich da einfach aus- und einschalten. Ach, ja. Das ist einfach... Das ist, glaube ich, echt ein bisschen... Und jetzt... Och, jetzt geht sich das schon wieder nicht aus, so wie es mir doch verarschen. Machen wir da oben hin. Ich bin ein bisschen ruhig. Machen wir Output Grün auf 1. Und ansonsten... Ungleich 1. Dann ist Rot auf 1. Damit wir da diese Schiffslampe trotzdem haben. Und dann machen wir einfach 0 ist gleich 0. Und ich möchte eigentlich nur die Farben haben. Genau. So. Ja, schön. Ähm. Puh. Ich würde eigentlich nur interessieren, wenn ich das jetzt einschalte. So, wir haben da mal Integrity. Das passt ja alles. Ja, das ist, ähm, der, der, ja... Black Hole oder so würde ich das nennen. So, schauen wir mal. 200. Wir haben eigentlich relativ wenig Fuel Value gestort, sehe ich gerade. So, 100 und dann machen wir 50. So, unsere üblichen Dinger. Jetzt haben wir da jetzt Stromproduktionen, also Stromproduktionen haben wir sowieso genug. Also die Dinger würden heizen anfangen. Dann schauen wir mal, wie das jetzt läuft mit dem Wasser und so weiter. Ich glaube auch, dass ich das Ding doch ein bisschen weiter nach vorne setzen muss, in Wirklichkeit. Okay, es würde geheizt werden. Und es würden die Dinger... So. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne einfach mal probieren, nur... Ähm... Also ich habe übrigens Dockingklammern vergessen. Na egal. Launch mal in den Orbit, bitte. So, wie sieht denn das jetzt aus? 2 Gigawatt Maximalproduktion. So. Ich würde gerne einfach mal nur schauen, wie lange würden wir nach, ähm... Einfach nur... Fliegen wir mal nach Darkflare. Ich würde einfach nur wissen, gerne... Nein, das war doof. Ich würde einfach nur mal gerne gucken... Man ist jetzt ein bisschen... Weißt du was? Ich ankere hier lieber nochmal, weil ich würde da gar nicht gerne drin sitzen, während ich das probiere. Irgendwie sieht das Ding echt ein bisschen merkwürdig aus. Nee, wie gesagt, ich habe die Ankerklammern vergessen, naja. Also ich würde da ungerne drinnen sitzen. Ich... Moment, jetzt muss ich ganz kurz... Wo fehlt... Was fehlt da jetzt wieder? Auf Rose. Ah ja, auf Rose. Was ist denn... Wie jetzt auf Rose? Was ist da auf Rose kaputt gegangen? Wo? Wo sind da so Masten kaputt gegangen? Was ist da? Wieso habe ich diese Masten nicht? Was ist da los? Wieso habe ich keine dieser Masten? Oh, der... Ich merke gerade, da hat eine Atombombe, glaube ich, eingeschlagen. Das war jetzt nicht so klug, behaupte ich mal. Dann habe ich echt keine dieser normalen Masten hier? Nö, offensichtlich wirklich nicht. Okay. Naja, gut. Ähm. Wie gesagt, ich wollte ganz gerne hier einmal das Ding probieren. Ah ja, und ja, die Fässer. Naja. Ah. So. Horkus Orbit. Was ist denn das? Oh, der ist ja richtig weit weg. Wann habe ich denn den entdeckt? Das war jetzt schlecht. Das wollte ich so nicht. Ich wollte eigentlich die Black Hole aufstufen auf zwei. So. Ja, flieg doch mal bitte. Ich möchte nur wissen, wenn ich jetzt sage, ich würde mal ganz gerne, dass du nach... Ja, flieg mal einfach nur nach Rose. Oder eigentlich, nee. Flieg nach Darkflare. Mich würde es nur interessieren, wie lange brauchst du da? Dann schau mal, wie schnell das wir da werden können mit dem Ding. Ohne, ohne, dass sich das Teil auflöst. Ah, mal 500. Ich will einfach nur mal gucken, was wir da maximal... Okay, ich sehe gerade diese Schilder, die werden ja richtig kaputt gemacht. Und ich merke gerade, ich habe da eher, glaube ich, ein Schilderproblem. Okay, also wir sind da richtig schnell. Aber wir brauchen, glaube ich, auch... Ja, okay, ich sehe schon... Ah, wir haben ja... Stimmt, ich bin ja ein Idiot. Ich habe das Ding noch nicht mal... Ähm... Noch nicht mal ganz aufgeladen. Ja, also es scheint, wir haben da schon echt ein Schilderproblem. Also ich glaube, ich muss da echt ein paar mehr Schilder setzen. Ja, so richtig glücklich bin ich da jetzt mit dem Ding ja auch nicht. Aber ich setze jetzt einfach, glaube ich, echt ein bisschen mehr Schilder. Ist das Ding jetzt leer? Stimmt, ich bin ja ein Idiot. Ich habe ja da nicht mal... nicht mal ganz fertig gesetzt. Ach Gott, ja Gott. Das ist natürlich... Äh, Leute. Ja, das ist... Profis am Werk. So, ich muss ja das umdrehen. So, genau hier einmal drehen, bitte. So, was ist mit der Black Hole? Ist sie schon wieder da? Einmal im Orbit ankern. So, Gott. Und tank mal bitte fertig rein. Ja, schauen wir mal, dass wir das Ding voll kriegen. Und ich brauche auch Ankerpunkte. Ich würde jetzt wirklich, glaube ich, den Reaktor trotzdem ein Stück weiter nach vorne setzen. Moment, warte mal kurz. Dann mache ich jetzt einfach mal so. Es ist zwar jetzt echt schade, weil ich natürlich da wieder massiv Zeug verliere an Ressourcen. So. Wie weit nach vorne würde gehen ohne Probleme? Ich setze den einfach jetzt so weit nach vorne, dass ich keine Probleme habe, oder? Dann haben wir da hinten noch Platz für möglicherweise Tanks und so Zeug. Da vorne haben wir noch Platz für viele tolle andere Sachen. So. Einziges Problem ist natürlich, ich muss die Verkabelung dann wieder neu machen. Das sollten wir auch hinkriegen. Wenn wir das Schnürchen einfach da nach oben ziehen. So. Und dann das einfach auch einmal auf Null setzen. So. Ja, dann macht mal bitte. So. Und die Landeklappen, die würde ich, also diese Landeklammern, boah, ich hoffe, ich habe, Moment, wartet mal kurz, kann ich, ah, ich habe ja immer noch sehr viel von dem Zeug mit, okay. Ja, baut mal. Dann können wir nicht da hinten, weil ich würde nämlich jetzt doch hier ein paar mehr von diesen Tanks, glaube ich, ranpacken. Gefühlt hätte ich da jetzt doch Lust, mehr von denen ranzupacken. Oder? Wobei, ich möchte ja auch nicht Platz verlieren. Ähm. Ne, komm, lass es mal. Lass uns die mal hier so. So, ich muss ganz kurz auf Novice gucken, warum haben wir da, warum haben wir schon wieder Öl- oder Petroleummangel? Haben wir wirklich komplett Petroleummangel? Ne. Ist nur wieder mal, ja. Zu wenig, ach, so Petroleum, ja, ja, gut, es kommt zu wenig ran, aber was soll ich machen? Kann, ich kann ja nicht, ja, nicht Nexus, ich wollte da ran. Ich kann ja nicht wirklich hier, ähm, ja komm, ich habe sieben auf Laden, ich glaube, ich müsste echt nur vielleicht noch ein paar Züge machen. Naja. Geht jetzt aber erst mal nicht. Bin ich jetzt eigentlich Streamlining, bin ich ja immer noch nicht, oder? Doch, 100% haben wir jetzt, sehr schön. Zum Glück. So, komm, die Lampe packen wir dann hier hin, dann kommt die da weg. So. Ach so, ich wollte die Ankerpunkte kurz holen, beziehungsweise muss ich die eh nicht holen, weil die habe ich hier sogar irgendwo, irgendwo da. Ich wollte nur gucken, stehe ich jetzt richtig hier? Ja, das sieht gut aus, das sieht, ach stimmt, genau das, deswegen konnte ich das nicht anders, deswegen muss ich das so 2-2, weil sonst würde das mit den Ankerpunkten nicht funktionieren. Genau, da war ja was, ich erinnere mich, okay. Ja, dann packen wir das Ding einfach hier ran, hätte ich gesagt. Einmal kurz weg da mit uns und dann einmal kurz, äh, da ein Ding und da ein Ding. So. Und selbiges machen wir da dann auch. Ah ja, da ein Ding unten, beziehungsweise brauchen wir da nicht und dann machen wir einfach, also wie war das mit den Ankerpunkten, das ist ja jetzt Ankerpunkt 500, dann machen wir da Ankerpunkt 1000, hätte ich gesagt. Ich glaube, ich muss dann hier auf jeden Fall da noch 2 solche machen, oder? Ist das eine Idee? Ich weiß es ja auch nicht. Ich brauche auf jeden Fall mehr von diesen Abwehrteilen. Nach vorne gerichtet. Ich glaube, ich brauche mehr. Weil hauptsächlich, das Zeug kommt hauptsächlich vorne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich... So. Oder? Genau. Dann machen wir da auch ein bisschen anders. Ich reiß mir das weg und das weg. Oder ist das? Ich bin unsicher. Oh nein, klaut nicht schon wieder. Dann machen wir so. Okay. Okay. Da wieder ein kleines Laserchen dran, weil warum auch nicht. So, dann haben wir da auf jeden Fall eine gute Abwehr. Gut, wobei die letzte Reihe ja eh schon eigentlich nichts mehr bringt. Ich muss die leider immer wegreißen, weil ich kann die nachträglich nicht drehen. Das ist ein bisschen das Thema. Und dann machen wir einen da hin und einen da hin. Dann machen wir die so und so. Ja, okay. Dann haben wir auf jeden Fall vorne gut geschützt. Es ist zwar jetzt da leider ein so kleines Ding drin. Naja. Und ich sehe gerade offensichtlich geht das hier wegen dem Schild nicht. Och, Mensch. Echt jetzt? Geht das jetzt wirklich hier wegen dem Schild nicht, oder was? Ja, das geht echt wegen dem Schild nicht, weil das Schild im Weg ist. Okay, super. Ja, dann müssen wir da wohl oder übel noch ein bisschen rausreißen. Ist okay. Dann haben wir eben dann noch mehr. Platz im Raumschiff. Ist ja auch was Schönes. So. War das jetzt richtig gemacht? Ja. So, und dann wollen wir da. Genau, das ist dann von mir aus hier drei. Ist ja okay. Ich möchte so ein Auto-Dock-Ding. Komm, das kopieren wir uns da oben mal kurz weg. Das muss an grün. Was sind denn da? Die Dock-Klammern. Also, die wäre da oben. Okay, ja. Muss ja gar nicht da unten sein. Das könnte ich... Ne, da oben habe ich nirgends wo mehr Platz. Okay. Packen wir mal da ran. Ich befürchte ja, ich muss ja da noch so Masten hinpacken. Sonst habe ich echt viel Masten-Zeug. Wobei, das war jetzt doof. Ich habe schon mal erwähnt, dass das jetzt doof war. Ich glaube schon. Ja. Leute, es tut mir fast ein bisschen leid. Gut, wobei so doof war es gar nicht, weil ich würde das eh ganz gerne so machen. Also, der hat schon die Maximalkonstruktions-Dinger erreicht. Ja, der hat immer noch... Es geht immer noch da nach unten jetzt, oder? Ne, offensichtlich... Achso, A1 doch. Passt schon. Achso, ne. Ich habe es ja aktuell ausgeschaltet. Ist ja rot. Ja, alles gut. Ich verstehe schon. So, was ich hier eigentlich machen wollte. Also, wir haben da einmal das rote Signal. das da rauskommt. Und das grüne Signal, was da reinkommt. So, falls wir irgendwo Autoanker, also Auto-Docken müssen. So, also ich möchte den auf 1000 bitte anhängen. Rechts ist dann die... Also, was rechts ist, haben wir dann die 100. Und das kommt noch weg. Eieiei. Ja, es ist minimal mühsam, ist es natürlich schon, hier diese Raumschiffe zu konstruieren. Aber andererseits ist es natürlich auch wichtig, dass wir das machen. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Wie voll sind wir denn jetzt hier? 26.000? Dann müsste ich ja jetzt eigentlich... Ja, komm, jetzt haben wir 414 Gig... Das ist ja gar nicht mal so viel. 414 Gigajoule. Oder? Ah, jetzt... Okay, das hat er noch nicht aktualisiert. Ja gut, dann brauche ich definitiv nicht mehr Tanks. Dann passt das alles ganz gut. Ähm, okay. Gefällt mir das jetzt? Ich bin mir unsicher. Ich würde, glaube ich, eher... den RoboPort da... Weißt du was? Ist jetzt natürlich blöd. Ja, jetzt müssen wir das alles neu machen. Ja, alles gut. Passt schon. Jetzt ist das nochmal die... Ach Gott. Black Hole. So, super. Kann man da alles... Alles neu machen. Und natürlich der RoboPort kommt da unten hin. Und ich würde den aber dann als Teil dieser Unternehmung da unten drin sehen. Gott, warum hab ich so viel... Ei, ei, ei. So. Genau. Würde ich da ganz gerne ein paar Türen machen. So. Genau. Und das Ding ist eins. Da müssen wir jetzt auch noch anschließen, damit wir wissen... Genau, die roten Signale haben wir dann auch. Spaceship Nummer 3. Okay. So, das schließt an. Das passt. Dann können wir das nämlich hier auch doch... doch ein bisschen verschließen wieder. Und ich befürchte, ich brauche trotzdem mehr von den Dingern. Genau, so wäre das dann angeschlossen. Strommäßig müsste es ja reichen, ganz ehrlich, mit dem Superreaktor müsste das ja eigentlich reichen. Genau, und vielleicht da dann noch ein bisschen Lasertürmchen rein, einfach so zur allgemeinen minimalinvasiven Abwehr. So, aber die sind eigentlich dann nicht mehr so wirklich brauchbar. Ja, ein paar Paneele vielleicht noch ran, zur Absicherung. Mal da hinten ranpacken. Und ja, wahrscheinlich habe ich das ganze Konzept des Raumschiffbauens nicht verstanden. Aber naja. So. Ja, es wäre jetzt echt interessant, wie schnell das Ding ist. Vielleicht bleibe ich doch mal da drauf. Wobei, wenn ich da draufbleibe, das Problem, wenn was passiert, dann ist, ist alles kaputt. Ist das jetzt eigentlich, oh doch, ja, sind eigentlich ganz schön gut, gut gefüllt die Dinger. Ich würde da jetzt trotzdem, glaube ich, warte mal kurz, mir trotzdem so ein Ding noch irgendwie organisieren, glaube ich. so ein Fassteil, so ein Fassteil, weil das hätte hier ja ganz gut Platz. So. Muss ich nur schauen, dass ich da irgendwie, gut, wobei, wenn A ungleich 480 ist, dann müsste ich einfach nur das A von da drüben irgendwie rüberkriegen. die sehen natürlich hinten und vorne nicht aus, gut, aber ich hätte hier so einen Masten. Machen wir eben so. Oh Gott. Oder? Haben wir da A jetzt drauf? Nee. Warum ist da jetzt A nicht drauf? A müsste doch hier. Also, weil das da nicht, oder? Ja, genau. Ich merke gerade, weil das da nicht drauf ist, auch Mensch. Ja, machen wir dafür das weg. Wenn nicht doppelt und dreifach redundant und jetzt müsste es eigentlich passen, oder? Geh weg, du Schnur. Genau, jetzt sind da hier leere Fässer. Wobei, ein A ungleich 480. A ist 480. Das ist Output dann. Achso, weil der, achso, weil der das kurz zahlt, die ich merke gerade. Ja, und die, die muss ich dann natürlich ja auch noch auf Rot anschließen. So, jetzt passt's. Haben wir zumindest dieses Fass-Thema geregelt. Das Problem ist, ich muss dasselbige ja mit, ähm, auf der anderen Seite auch machen. Aber nur nicht mit Fässer, sondern mit... Oh, ich hab keine Signalgeber mehr. Oh, ich hab keine Signalgeber mehr. Freude. Sondern hier mit, ähm, ja. Ihr wisst schon. Magnetische Container. Magnetische Container. Leere magnetische Konister. Ja, da würde ich auch sagen, ähm, 500. Da reicht aber einer, oder? Was ist denn das Dexer ist? 50. Ja. Dann haben wir da nämlich 480. Ne, 240. 2.400. Da reicht aber eine Kiste. Also eigentlich, wisst ihr was? Wir werden das anders machen. Naja gut, wobei ich hab hier Wasserfässer. So. Und dann da. Ich mach aber nur 2. So, und dann kann ich ja da hier was kopieren. Müssen wir da das rote Kabel dann auch da ranziehen. So, genau. Dann kommen wir da 2400 raus. Das müssen wir jetzt auf grün aufsetzen. Genau, ist jetzt natürlich... Ne, ist jetzt nicht. Ja, aber jetzt ist nämlich, wär's zum rausziehen. So, und eigentlich, da ist jetzt die Frage, können wir da natürlich so machen. so, die Frage wird das doppelt. Eigentlich müsste ich... Die Frage ist ja, ob ich das doppelt hinbekomme. Ne, da haben wir zu wenig Platz. Ich mein, ich könnte eins nach oben... Na, egal. Komm, wir lassen das mal so. Dann haben wir da wieder individual technische Natur. Also die sind jetzt aktiv. Die haben keine Anforderungen. Okay. Ich hab keine Ahnung. Das wird alles furchtbar. Das wird alles furchtbar lustig. Ich sehe das schon kommen. Und ich muss da dann natürlich... Ähm, keine aktiven, sondern dann machen wir da so passives Anforderungskisten-Zeug ran. Genau so wie wir da passive Anforderungskisten, weil das eh während dem Fliegen ja dann eh, ähm, eigentlich darüber kommen müsste. Dann warten wir mal kurz... Oh, oh nein. Bitte sperrt mich nicht ein. Ja. So, warum forscht der Nexus eigentlich jetzt zu wenig? So rein Frage. Was fehlt? Es fehlt, ähm, an... Na doch, das Schwarze. Und da ist es, glaube ich, wirklich eher Performance-Problem, oder? Nicht unbedingt, nee. Na doch, es sind schon Naquium-Tesseract auch. Hab ich... Ich dachte, ich hab da so viel von denen. Hab ich da jetzt doch nicht so viel von denen. Nö, hab ich offensichtlich doch nicht so viel von denen. Gut, weil da, wie es aussieht, doch nicht... Jetzt nicht ganz, ganz so viel da ist. Ist eigentlich spannend. Das ist doch wieder nicht so viel. Oh, okay. Wie viel haben wir da? Zwei, 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 zwei und eins. Ja, aber die Umwandlungsmaschinerie läuft. Da haben wir natürlich nix auf Reserve. Hät mich auch gewundert. Ja, ist immer so phasenweise. Echt komisch. Ich meine, die Frage ist, ob jetzt schon irgendwo in Tote Robos, ähm... ob irgendwo welche verloren gegangen sind. Dürfte ja eigentlich nicht sein. Moment, ich guck mal kurz, ob da jetzt irgendwelche drinnen sind. Nee, weil da dürften eigentlich keine drin sein. Von den Kügelchen. Nee, dürfte ja eigentlich nicht. Ja, das... Ich weiß was. Das passt schon so. Das lass mal einfach mal so laufen. So, und jetzt ist die Frage, ich schalte das jetzt mal ein. So, mach mal bitte. Das wird hier aufgeheizt. Eigentlich könnte ich das ja jetzt schon... Ich lasse es jetzt einfach trotzdem einfach mal, oder? Ich lasse es nach. Einfach nur, weil es mich interessiert. So, wo waren da jetzt nochmal diese Ruinen? So, wir haben haufenweise von dem Zeug. Wo waren diese Ruinen? Berkey, war das da? Müsste da gewesen sein, oder? Nee, das sind nur kleine Ruinen. Wo waren denn die großen Ruinen? Aber das ist ja spannend. Was sind das? Was sind das für coole Ruinen, bitte? Oh mein Gott. Oh, die haben Nackium, ähm, ähm, äh, Dinger. Okay, ich glaube, wir sollten mal nach Berkey fliegen. Weißt du ja nicht, was die jetzt gerade machen? Ach so, ah, die verteidigen sich da jetzt. Dann schauen wir mal. Ach, das ist ja lustig, okay. Okay, aber hatte ich nicht. Ich hatte doch irgendwo... Ah, Infanami, das war das, oder? Ja, da habe ich jetzt natürlich vorbei, gell? Genau, nach Infanami wollen wir, oder? Berkey, aber Berkey ist jetzt so weit weg. Das ist ja cool. Da ist so eine kleine Mini-Basis. Ach, und jetzt machen die aber da so... Werter-Munition, oder? Ja. Okay, und das ballert da aber jetzt selbst... Oh, und das sind Axiospheres, einzelne. Ja, es ist die Frage, ob das hier... Ich finde das echt lustig, dass die sich da wirklich irgendwie so... Ja, da machen wir da selbst mal so eine kleine lustige Basis. Hatte sogar ein Auto drin. Sehr cool. Ja, aber ich würde gerne einfach nach Infamani fliegen. Übrigens, jetzt schauen wir mal, wie lange das brauchen würde. Destination Infamani. So, mach mal. Lauch. Also, wir haben da jetzt immer noch nicht getestet. Ja, ich weiß, da steht Launch und nicht Lauch. Das ist mir schon klar. Die Black Hole müssen wir nochmal reinpumpen in Stufe 2. So. Jetzt müssen wir da... Ich mach da jetzt mal 500. Und in Asteroiden fällt da von mir aus langsamer. Wobei das wahrscheinlich sogar echt besser geht. Aber es ging ja dann echt schnell. Okay, wir haben... Aber wenn wir noch keinen Strom haben, ja... Sind die... Ach, die sind noch nicht am Heizen, oder was? Ah, die sind noch nicht ganz aufgeheizt. Okay, ja, das dauert noch. Hätte ich vielleicht doch... Weißt du was? Machen wir nochmal kurz Stopp. So. Jetzt warten wir, bis die fertig geheizt haben. Die sind noch nicht auf 500 Grad, die Reaktoren. Ich würde echt ganz gern... Weil strommäßig würde der sogar alles gut versorgen. Ich würde den gern abschließen. Ist das jetzt eine kluge Idee, wenn ich das hier so während dem Ding mache? So, jetzt müsste der eigentlich schon heizen, oder? Genau, ja, jetzt beginnen die zu heizen. Okay. Also jetzt müsste eigentlich... Engage. So. Strom müsste genügend da sein. Eigentlich müsste es sogar für 2... Müsste sogar 2 Gigawatt da sein. Oder nicht? War das? Ich dachte, 1 Gigawatt bringt das Ding. Ja, Maximum Output. Okay. Ja, dann beobachten wir das mal. Die Frage ist jetzt... Hält das Schild das aus? Ja, schauen wir mal. Rein von der Geschwindigkeit her... Wären wir da echt... Boah, das ist echt richtig schnell. Also das ist ja richtig cool. Wenn die Frage ist wirklich, hält der das aus, das Schild? Ich bin gespannt, was für Topspeed haben. Ich weiß nicht, was ich mache da jetzt hier auch mal... Ich mache da mal 300 und da 200. Die Schilde werden es ja wohl aushalten. Ja, aber es sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus, glaube ich. Die Schildreihe vorne ist ja doppelt. Wir haben Treibstoff... Treibstoff, naja, weiß ich jetzt nicht. 38, wie viel Treibstoff haben wir noch? Steht jetzt hier nicht da, wenn wir... Wenn wir das nicht laufen lassen. Also irgendwie habe ich ja das Gefühl, ich könnte... Ich sage jetzt nicht, das ist das Maximalgeschwindigkeit. Das sieht fast so aus. Okay. Ja, das ist, weil wir natürlich so dick sind. Aber Energie haben wir definitiv genug. Gut, und ich sage mal ganz ehrlich, 19 Minuten wäre echt okay. Richtung Infami. Oh, aber ich sehe gerade, jetzt habe ich gar kein... Warum habe ich jetzt kein Wasser mehr? Okay, das finde ich jetzt... Okay, stopp. Dann müssen wir wieder zurück nach Novice Orbit. Aber es würde schnell gehen. Die Frage ist jetzt nur, warum habe ich jetzt... Ach, dieses Wasser-Thema. Ich hatte doch da wohl 480 Fässer Wasser da, oder? Die Dinger sollten eigentlich kein Wasser fressen. Achso, weil wir da noch internal-Console-Dingens haben. Eigentlich ist das echt witzig. Der sollte eigentlich nicht so viel Wasser rausziehen, theoretisch. Weiß ich nicht. So, Autodoc ist aktiv. Das sollte passen. Ja gut, ich meine, die Dinger, die werden schon relativ kaputt. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir schauen, wie sich das Ganze regelt. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, okay, Wasser war jetzt dann doch irgendwie ein seltsames Thema. Weiß ich auch nicht genau. Und vor allem, wir haben das Problem... Warte mal, jetzt gucken wir da nochmal auf diesen einen lustigen Planeten hier. Burki. So, ballern die da jetzt schon? Haben wir da jetzt Big-Berte-Munition? Müssen die eigentlich ballern. Da nehmen wir mal. Bald da so ein Ding fertig wird. Ich kann leider noch nicht gucken. Ich finde das echt spannend, dass hier da einfach so... Einfach so so ein Ding da ist. Ja, ist die Frage. Wenn der jetzt nämlich hier... Ah, okay. Ja gut, und vor allem, wenn der dann... Ja gut, im Endeffekt... Warum liefert der da... Ach so. Ach so, ich kann aber da... Ach so, könnte ich da dann was bauen? Ach so, das muss ich dann selbst bauen, oder was? Was haben wir denn da anzubieten? An Sachen. Ich glaube, ich muss mich da einfach her... Irgendwie herlaufen und dann hier irgendwie... Irgendwie das dann aktivieren, oder so. Oder was willst du mir damit sagen? Nee, von selbst macht das Ding, glaube ich, gar nichts. Wobei... Ja, irgendwas macht es ja doch. Also er füllt da jetzt rein. Also Big-Berte-Munition kommt schon irgendwie. Ah, hier würde der die sogar... Aber irgendwie macht das ja dann doch nicht. Ja, finde ich jetzt spannend. Ja, keine Ahnung. Okay, das Ding produziert mal vor. Ist okay. Sehr schön. Was wir aber machen müssen, wir müssen auf Infamani, müssen wir... Auf Infamani müssen wir... Strahlen raufballern. So, okay. Das scheint ja jetzt wieder nicht gut zu funktionieren. Aber ich glaube, einmal muss ich ja immer selbst machen, oder? So, go. Aber eigentlich müsste das passen, oder? Ah, du bist... Ich sehe gerade erstens mal, bist du 7 und nicht 1000. So. Das ist vielleicht das Thema. So, 100 auf 1000. Jetzt schauen wir nochmal. 100 auf 1000 jetzt müsste es passen. Okay. Ja, vielleicht füllen wir diese Dinger jetzt voll. Die Frage ist jetzt Wasserfässer. Achso, weil wir zu wenig Wasserfässer haben. Na, okay, gut. Machen wir vielleicht auch ein paar... Wo mache ich denn Wasserfässer? Würde ich ja eigentlich da... Genau, in... Ne, das ist Space Water. Wo ist denn da normal... Achso, normales Water kommt. Also wird da als passive Anbieterkiste. Okay, ja gut, dann... Ich schalte... Weißt du was? Ich schalte das Ding mal kurz aus. Also hier, da. So, einmal kurz abschalten. So, das scheint zu funktionieren. Das passt. Ja, aber spannenderweise... Ihr seht hier, der ist hier richtig am... Da ist richtig viel zu wenig Wasser ist da da. Die Dinger sind sogar eigentlich zu langsam. Ach, ich finde das echt spannend. Wäre ich das nochmal bei den anderen Dingern gemacht? Da habe ich... Ne, da habe ich schon auch aus aktiver Anbieterkiste gemacht. Okay. Und hier Cash-Dinger, die offensichtlich ja eh nicht befüllt werden, weil ich zu wenig Zeug habe. Okay, gut, aber... Naja. Das könnte ich hier natürlich auch. Dann holen wir da ein paar Water Barrel Cash-Dinger. Machen wir einmal da. Schön symmetrisch. Wo bin ich eigentlich gerade? Ich gucke da drüben rum. Komm, fliegen wir da mal schnell rüber und machen da was. So. Rein mit uns. Genau. Dann machen wir eben hier... 480 Wasser, bitte. Dann machen wir doch die Dinger auf aktive Anbieterkiste. Ah, toll. Es ist mal wieder eine Rakete abgestürzt. Ich liebe es. Ah, auf Rose. Das ist ja eine Freude. Genau, auf Rose, wo wir eh so ein Problem haben, dass das Zeug so langsam rankommt. Ei, ei, ei. Ist die Savior eigentlich? Ne, die ist noch in Transit. Okay. Okay. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch mit dem Ding irgendwo auf Novi's landen. Das ist die Frage. Achso, da käme die Kapsel eher an. Okay, gut. Das passt dann eh gut. Die Kapsel kommt ran. Der ist aber nicht reingepackt, hat ja noch nichts, weil die Rakete ist ja hier schon voll. Okay, ach, das sollte... Achso, die Module kommen dann da ran, oder? Ja, genau. Okay, ja, sollte passen. Lassen wir einfach alleine. So, jetzt wäre es gut, wenn die hier echt, ähm... Gut, aber die sind jetzt natürlich noch heiß. Und die haben... Ja, weil die noch so Sachen drin haben. Okay. Naja. Packen wir die doch lieber mal raus hier wieder. Auch da den Brennstoff wieder raus. Aber die müssen jetzt ehrlich gesagt nicht heizen, solange ich hier da bin. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, reichen die Dinge, wobei ich könnte da ohne Probleme mehr ranpacken? Weil das tut ja jetzt echt nicht weh. So, ich mache das jetzt auch einfach da am Rand. Wenn die Dinge sind, sind die nötig? Ne, die wären ja eh nicht nötig. Warum? Warum macht man nicht einfach so, dass ich da so ein Ding da ranpacke? Das müsste ja reichen, oder? Ja, da reichen wir eigentlich alles. Dann brauche ich das Ding nicht. Ganz ehrlich. Sparen wir uns ein bisschen Masten, weil irgendwie haben wir eh so viel Mastenzeug hier, habe ich das Gefühl. Es ändert nichts daran, dass ich den Tank hier... Na gut, wobei ich könnte es so machen. Zumindest ein bisschen... Bisschen Fülle noch da. Und dann machen wir... Gießen wir das da hinten doch noch alles ein bisschen in Wände. Wo es jetzt ein bisschen wilder aussieht. So, und das ist jetzt mein neues Zuhause. Ja. Ja. Ah, immer wieder das Gleiche. Ich vergesse immer, welchen Modus ich bin. Und dann versuche ich immer wieder im normalen Modus hier Dinge zu bauen, was natürlich nicht geht. So. Genau, weil dann haben wir da auf jeden Fall ein bisschen Treibstoff noch da. Und... Weißt du was? Komm. Ich glaube, ich bin da auch... Genau, ich wollte gerade sagen, ich bin da eh zu hoch, weil... Ah, die sind perspektivisch ganz schwierig einzuschätzen, die Dinge. Ihr seid so schwer einzuschätzen, ihr Dinge. Die schließen aber schon an. Ja, passt. Dann machen wir den da noch. Genau. Sehr schön. Gut. Ja, der Punkt ist natürlich, wenn ich auf dem Planeten lande, dann habe ich ja... Und ich habe keine Laserdinge, die mir ja mein Raumschiff kaputt machen. Also ich muss da schon, glaube ich, wirklich doch noch ein paar Laserfallen ranpacken. Nicht nur wegen der Meteoriten, sondern eben auch wegen freundlicher Planetenbewohner. So. Könntet ihr jetzt bitte irgendwann mal aufhören, hier zu pumpen? Das kann es ja nicht sein. Das ist aber echt spannend, weil ich habe jetzt hier wirklich da unten... Ja gut, es ist noch sehr viel Dampf drin und Dampf bedeutet, wir brauchen das aktuell nicht. Ja, und drum... Weiß ich nicht. Wenn ganz ehrlich, ich werde folgendes machen, ich werde da noch eine Pumpe ranpacken, glaube ich. Weil mehr Pumpen sind besser für den Wassertransport. So, und dann hier noch ein paar Wasserfässer, damit da ja nichts passiert. So, okay. Jetzt ist nur die Frage, jetzt würde ich da ganz gerne... Weißt du was, jetzt machen wir da so einen Anschluss... Äh, so ein paar Nixi-Tubes. Wie viel sollte denn das sein? Wie viel passen da rein? 50, 100, 200, 300, 450, also 900. 1000 würden da reinpassen. So, ähm... Warte mal. Machen wir da kurz rotes Kabel. So. Antimaterie, Antimaterie, Stream, haben wir da bei den Flüssigkeiten, so Antimaterie, ja. Genau, das sollte ungefähr hinkommen, machen wir aber anders, ähm. So. Da machen wir Color und da machen wir nochmal das Ding. So, und da machen wir auch... Bist du verbunden, ja. Da machen wir sogar einen Color und da machen wir A, glaube ich, war das, oder? Ja, genau. Genau, dann wissen wir, das ist das Maximal und das ist das, wo wir gerade sind. Okay, cool. Ähm, joa. Finde ich gut. Ja, toll. Ähm... Bin ich jetzt irgendwie vorbereitet? Ne, bin ich nicht, weil, wie gesagt, wir wollten ja eigentlich... Wie ist jetzt der beamt? Wo beamt denn der hin? Der beamt nach, ähm, Dark Flair. Okay, der macht Dark Flair glücklich. Ich meine, die Frage ist, wie viel Strom habe ich denn? Eigentlich wollte ich ja den Reaktor irgendwie... Ah, das ist, das ist so schwierig. Auf Novice habe ich... Jetzt wartet mal kurz. Auf Novice habe ich jetzt noch was da drüben, irgendwie. Da habe ich ja jetzt beide noch. Das ist einmal das Ding, das auf Rose Autoglave macht. Und das Ding, das sowieso ausgeschalten ist, das auch mal Autoglave gemacht hätte. Aber wenn ich da jetzt auf... So, in... Wie war das? Infami, oder? Such mal. Hieß der nicht Infami? Bromwinkel. Bromwinkel. Ja, das ist ja cool. Infamani. Ja, genau. Wenn du da einfach hier ein bisschen Autoglave machst, so. Geh dann mal zurück. Dann machen wir da Autoglave. 3,10% und dann schalten wir das ein. Ich glaube nicht, dass das recht powerful ist. Muss man fairerweise dazu sagen. Ähm. Weil ich natürlich hier sehr wenig Energie zur Verfügung habe. Vor allem in der Nacht. Aber schauen wir mal. Bromwinkel. Ach, diese Planeten. So, kurz nochmal hier nach Flex. Infamani. Da ist natürlich die Frage, ob ich nicht einfach... Ja, wenn du das jetzt nicht die Strukturen dann zerstört. Gut, aber so dumm wird der wohl nicht sein. Oder? Zahlt sich das überhaupt aus? Wie viel? Ich meine, hier ist schon viel Zeug da. Eigentlich, ja. Ich möchte da schon her. Weil da sind schon hier ein paar. Aber ganz wenig nur irgendwie gefühlt. Ja, weiß ich nicht. Aber ich möchte da mal her. So. Aber ich würde gerne Infamani die Surface nochmal löschen. Ach Gott. Ja. Achso, trimmen. Danke. Ich habe das wieder aufgemacht. Ja, komm, trim, trim nochmal. Sehr gut. Nein, ich muss da weg. Sonst kann das nicht trimmen. Okay. Bitte nochmal trimmen. Danke. Ja, aber jetzt sollte natürlich Tag... Tag... Wie sieht es aktuell eigentlich aus? Holmera immer noch? Okay. Ja, gut. Sollte ein paar Ölzüge machen, glaube ich. Mit den Paneelen sieht es auch gut aus, oder? Ihr seid da alle am... Am existieren. Ja, das passt. Müsste da... Ah, die Reihe wäre sogar, glaube ich... Nee. Oder? Die ist ja... Ach, da sind wir zu wenig breit. Was haben wir denn da wieder gemacht? Ja, das ist ja... Okay, das ist ja doof. Äh, ja. Da müssen wir dann natürlich hier so ein bisschen Landaufschüttungstechnische Natur... Was machen? Ich hämre auf meine Tastatur. Ja, aber wenn dann... Komm, wenn dann schon... Groß machen. Aber ich glaube, da war ja... Irgendwas war ja da, oder? Gut, außer, dass ich da jetzt natürlich wieder... Abgerutscht bin. Oder... Oder falsch ge... Ach ja. Ah, sieh an, sieh an. Da haben wir wieder mal irgendwas nicht geschafft. Wie es aussieht. Ich glaube, das ist so, wenn der die nicht gleich ganz wegreißt, kann es passieren, dass man dann irgendwie... Dass der das vergisst, dass er das wegreißen muss, oder? Ja, weil weiter nach unten kann ich nicht. Jetzt muss ich das rechts machen. So, haben wir dann jetzt hier strommäßig? Ja, bald. Also... Äh, kurz nochmal... Oder nicht, nicht hier. Ich guck beim... Beim Strahl. Strahlst du schon? Ne, 95% Akku, glaube ich, oder? Haben wir da... Das dauert noch ein bisschen. Aber es ist eh spannend, dass die Akkus sich ja doch... Doch, irgendwie... Irgendwie schaffen die das ja doch, dass die voll werden. Aber 3,10% ist echt richtig bitter. Okay, jetzt geht's los. Ja, okay, das zahlt sich. Wow. Na gut, wobei, wenn die brennen... Das ist natürlich die Frage. Ja, es ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ah ja. Wäre ich doch ganz, ganz nett. Habe ich da jetzt irgendwas kaputt gemacht? Ich glaube, jetzt habe ich was kaputt gemacht, oder? Der ist immer noch auf Autoglave. Achso, der brennt jetzt nur so lange hin bis... Weiß ich nicht was. Ja, dann lassen wir den doch mal dahin brennen. Ich sag, die einzige Angst, die ich jetzt habe, ist, dass der jetzt hier die feindliche Struktur kaputt macht. Ja, viel kommt da nicht an. Von diesen... Von diesen Dingen. Ja, aber soll er mal ein bisschen machen, hätte ich gesagt. Das Problem ist nur, ich habe da stromtechnisch natürlich... Eigentlich zu wenig dafür. Und eigentlich müsste ich es vom All aus machen. Eigentlich müsste ich es vom All aus machen. Naja. Was haben wir denn da? Reserven. Ja, gut, da hätten wir schon noch einiges an Reserve. Ich weiß nicht, ob es eine kluge Idee ist, noch so ein Ding zu machen. Und eigentlich würde ich es sogar jetzt echt hier, glaube ich... Oder ich mache das, wartet mal. Oder ich mache das da oben hin. Eigentlich müsste ich es hier hin machen, weil hier würde es thematisch besser hinpassen. Komm, ich mache das da unten hin. Ich packe da, wartet mal. Ich werde da jetzt den da kopieren. Und zwar beides. So, Create Blueprint. Dann packen wir das da unten hin, weil es thematisch einfach gut hinpasst. Einmal. Dann müssen wir warten, bis der das gesetzt hat. Und dann packen wir es nochmal hin. Dann sollte der hier nach Dark Flare pumpen. Und das Ding unten bauen wir dann so, um, dass das nur am Reaktor hängt. Naja. So, der Nexus wird gerade überhaupt nicht mehr geforscht, habe ich das Gefühl. Aber wahrscheinlich fehlt irgendeine essentielle Komponente, die ich mal wieder komplett ignoriere, oder? Ja gut, wahrscheinlich die Tesserakte. Die jetzt ja doch wahrscheinlich wieder nicht so schön verfügbar sind. So, einmal gesetzt. Okay. Ja, komm, dann fliegen wir da hoch und machen das mal. 16 haben wir ja sogar massig verfügbar. Ist jetzt nicht mal das Thema. So, was brauchen wir da jetzt? Ein paar von denen. Also einmal... Da kommen die Mati wieder mit. 50 Stück ist okay. Wobei 25 eigentlich... Achso, wartet mal. Ich habe da noch welche in der Tasche. Das ist ja gar nicht mal... Jetzt sehe ich das. Das ist ja gar nicht mal das Problem. Ja, 32 reichen mir schon. Komm, machen wir so. Und dann, ähm... Diese Paddles habe ich eh auch vier. Dann brauche ich nur einen, so einen Emitter noch. So. Was ist jetzt beim Nexus? Ganz kurz geguckt. Es fehlt an... Es fehlt an den Vierern und bei den Vierern fehlen die Tesserakte, oder? Ja. Da fehlen die Tesserakte und die Tesserakte fehlen, weil ich zu wenig Acrospheres habe, weil offensichtlich wirklich diese blöden Dinger da, die Dinger, die ich hier nicht brauche, einfach massiv viel sind. Diese... Ja, Theta, Epsilon. Also die Umwandlungsstationen sind sehr viel. Ja, es wird schon, wird schon hinhauen, irgendwie. Wahrscheinlich müsste ich einfach jetzt doch auch schon die neuen Dinger da bauen, diese... Die Nanoprozessoren. Die sind wahrscheinlich eh ähnlich zu bauen, oder? Die sind... Wo kann ich denn? Ja, in einer Gravimetrix. Es ist also genau dasselbe, derselbe Spaß. Wahrscheinlich wird das dann sogar helfen. Machen wir jetzt nachher gleich. Jetzt würde ich erstmal gerne hier das Ding noch machen. So. Genau, der, der schickt da rüber. Das passt. Und dann packen wir den unteren da weg. Ich meinte, ist das jetzt alles, ist das hier alles jetzt angeschlossen? Hier. Wie sieht das aus? Ja, passt. Okay. So, dann wird der hier umgestellt, dass der auf jeden Fall, ähm, nicht mehr hier bedient wird. Ist ja auch da nicht mehr. Das kommt auch weg. Und dann würde ich da wirklich nur noch da einmal den da so her ab, also deaktivieren. Also, jetzt ist der noch hier. Ach Gott, ja. Das ist natürlich saublöd. Ähm, wenn ich den jetzt da rüber packe, warte mal. Müsste ja eigentlich gehen, oder? So, was haben wir jetzt hier? 4,1 Gigawatt. Ja. Schauen wir mal. Die Dinger laufen. Schön. Also jetzt, das Zeug da oben läuft jetzt nicht. Das ist natürlich eher schlecht. Das brauchen wir da natürlich in dem Zuge auch noch ganz gut mit. Ja, problematisch ist nur, ach Gott, ich, ich hasse es. Ja, diese, diese unterschiedlichen Stromsysteme. So. Wo ist denn da ein Masten? Ich finde keine Masten. Na, da oben wäre einer. Fusch am Bau. Das ist so schön und schlau. Sondern würde ich den aber jetzt auf, ähm, nicht auf Darkflare, sondern auf, wie, wie haben wir in, in Fahmani. Da haben wir Autoglave. Sehr schön. Ja, dann mach hier mal. Aber da haben wir jetzt zwei Strahlen, die da voll am Autoglaven sind. Ja, und dann können wir da hinfliegen, hätte ich gesagt. Und vor allem das Netz hier, also der Strahl hier, der stört sich nicht an irgendwas anderes, weil da haben wir das Ding. Das Problem ist, glaube ich, halt echt nur, ich muss da viel mehr Pumpen machen. Jetzt haben wir hier, das Ding ist, oder? Wahrscheinlich haben wir, ja, Wasser. Okay, das kommt eh nach. Ja, da frage ich mich jetzt wirklich. Power Output Fixed, 1 Gigawatt. Also ich müsste jetzt eigentlich 4 Gigawatt generieren. Ja, ich generiere 4,1 Gigawatt. Das passt, okay. Das ist, das ist ordentlich. Ich sage, jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier natürlich auf jeden Fall die, da mehr Pumpen oder anpacke. So, da haben wir sonst wirklich das Thema, dass der zu wenig pumpt. So, machen wir einfach so. Ja, dann müsste eigentlich das gut gehen, oder? Meine größte Sorge ist jetzt, wenn ich jetzt mit dem Raumschiff losfliege, dass ich auf einmal gestrandet bin. Das ist meine größte Sorge. Ich weiß nicht, so Brennstoff habe ich jetzt nicht wirklich unendlich viel mit. Gut, aber ich glaube, das sollte ich eigentlich auch nicht so viel brauchen, denke ich mal. Aber das Ding läuft jetzt, oder? Ja. Das zieht jetzt genau schön 4 Gigawatt immer schön raus. Gut, Brennstoff machen wir momentan nicht, weil wir genügend haben. Aber andererseits, diese 20 Minuten Flug, das werde ich ja wohl überleben. Aber ich habe echt Bedenken. Das ist das Thema. Ich habe echt Bedenken. Ich habe Bedenken, Leute. Ich würde aber mal sagen, ich leere mal mein Inventar ein bisschen aus, damit ich diese Bedenken vielleicht mal ausräumen kann. Versteht ihr? Inventar ausräumen, Bedenken ausräumen. Versteht ihr? Ja. Ne. Ja, ich auch nicht. Hei, hei, hei. Okay. Ähm. Ich räume trotzdem mein Inventar mal aus. Also du kommst hier da so ran. So, was haben wir denn gemacht? Ich habe sehr viel Spaceship-Boden. Spaceship-Boden zu haben, ist natürlich ganz toll. Ich habe auch sehr viel von dem Zeug. Das brauche ich nicht. Das ist nämlich gar nicht so toll. Energy Beam-Emitter würde ich... Wummi, Wasser eigentlich damit. Das ist sehr spannend. Das ist sehr spannend. Gut, diese Injektoren, die... Packe ich mal da rein. Brauchen wir auch nicht mehr. Ja, nicht würde. Gut, Kisten habe ich eh mit. Eins fehlt mir natürlich noch komplett. Auf dem Schiff. Weiß nicht, warum, dass ich das noch nicht gemacht habe. Da brauche ich jetzt irgendwo... Moment, ist eigentlich die Savior... Ah, die ist fast, fast dort. Okay, Interstellar ist sogar dort. Ich wollte eigentlich das da. Müsste ich eigentlich schon auch noch anschließen. Bzw. Ist okay, habe ich kopiert. Gehen wir nochmal nach unten. Ich würde schon ganz gern hier Roboport-Sachen haben. Gut, aber ich würde das dann separat, glaube ich, doch machen. Noch mal einmal da und einmal da. Dann mache ich da hier kurz 500 von denen. Gerne auch von Pufferkisten. 500 von denen. Gerne auch von Pufferkisten. Und reinpacken tun wir nur. So, da ziehen wir hier raus. Und zwar nur, was haben wir da? Roboter-Statistik. Oh, da sehe ich sehr viel drin. Total-Logistik-Bots kleiner. Also Logistik sind die rechten. Also wenn Y kleiner als 50 ist. Das müsste momentan eine große Zahl sein. Genau. Und Total und Total Construction ist T. Wenn T kleiner als 50 ist. Dann packst du hier rein. So, die werden hier schön befüllt. Das passt. Gut. Boah, das Betanken dauert echt lange. Aber wir sind hier auch nicht unbedingt. Das ist ja auch nicht der finale Fleck. Ich habe den jetzt nur mal hier so hingepackt. Naja. So, die Frage ist jetzt wirklich. Ja, ich müsste mal schauen, wie weit ich komme. Aber ich glaube ganz ehrlich, bei der Geschwindigkeit sollte das ja echt kein Thema sein. Sondern ich würde mich zumindest gerne voll, voll füllen lassen. Komplett. Wir haben hier noch genügend drin. Aber ist es jetzt wirklich so, dass ich da... Achso, das sind nur 25. Also eigentlich müsste ich ja da sogar echt die doppelte Menge ranpacken. So. Ich mache das auch mal. Weil, warum denn auch nicht? Ja, komm, übertreiben ist ja okay. Oder? Ist übertreiben okay? Ich bin unsicher. Ähm, was haben wir da? 100, 200, 300, 400, 500. Genau, dann können wir da nämlich maximal 999 haben. Das ist schön. Ähm. So. Ich setze ein Ding dran, damit ich da einmal das Schnürchen verbinden kann. So. Dann machen wir da trotzdem einen... ...Digit noch ran bei der Anzeige. Falls ich meine Nixi-Tubes finde, da sind sie. Machen wir noch einen Digit ran. Weil dann kann der zur Not, wenn das komplett voll ist, das auch so machen. Ja, wie gesagt, das Schiff würde ich dann hier irgendwo doch irgendwo hierhin docken, glaube ich dann. Also die Dockenklammer ist zwar jetzt automatisiert gesetzt, aber naja. So, das Ding glaift da schön herum. Also die Gegner werden vernichtet, das ist schön. Dann könnte ich da eigentlich bedenken... ...sollte ich bedenkenlos hier irgendwo landen können. Müssen wir dann noch schauen. Aber ich fliege mal los. Komm, wir machen das mal. Wie voll bin ich denn? 80.000. Komm, ich fliege mal los. Ich probiere es mal, oder? Also wir müssen sowieso zuerst kurz einen Abstecher auf Novice machen. So, ein. Das ist nur die Frage, wenn ich jetzt auf Novice runter... Jetzt waren wir vorher auf 80.000. Schauen wir mal, wie viel der das jetzt runterzieht. Also jetzt haben wir 80.000. Danke. Das ist unschön. So. Also der Start hat ja ein bisschen was gekostet. So, kurz mal ankern. Wir ankern uns irgendwo... ...irgendwo in der Nähe. Ja, schon gut, aber ich weiß noch nicht genau wo. Schauen wir mal, ob wir da oben irgendwo Platz haben. Ich meine, wir könnten uns hier auch hin... ...hin verfrachten. Aber ich würde schon eher irgendwo in... ...in Weltraum hausen. Es ist ein bisschen groß geraten, das Ding. Ja, komm, wir gehen hier hin. Machen wir so halb-halb. Und es sieht von der Form her, ja, ein bisschen... ...sagt's nicht, Leute. So, ich geh da mal her. Zack. So, haben wir da... ...sind wir da logistiktechnisch angeschlossen. Ja, das sollte passen. So. Okay, das schwappt jetzt ein bisschen rum, weil das jetzt hier von den Triebwerken wieder rauskommt. Das ist nur die Frage. Also der Reaktor sollte zum Reaktorisieren anfangen. Das müsste passen. Logistik-Netzmäßig geht aber jetzt, oder? Haben wir da... Ja, da sind wir im Logistik. Das passt. Also, man bringe mir bitte jetzt diese Wasserfässer. Werden die geliefert? Delivery 6... Oh, das ist sehr wenig. Ich glaube, ich sollte... ...da so als Vorratsträger vielleicht hier ein bisschen so machen. Weißt du was? Während ich hier da bin, ich mache ganz schnell noch 2, 3 Ölzüge, oder? Ich habe 6 Ölzüge. Die sind aber zu wenig. Ja, komm, dann machen wir noch... Was brauche ich für einen Ölzug? Wenn wir schon mal da sind. Ah, und ich habe... Ah, verdammt, ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, stopp. Nein, auch nicht jetzt speichern. Äh, ich werde natürlich jetzt folgen... Na gut, wobei... Wartet mal. Ich muss einmal kurz aus dem Logistik-Netz raus, damit ich nicht... Achso, ich werde eh nicht... Oder werde ich noch beliefert? Ne, ich glaube, ich werde nicht mehr beliefert. Aber ich nehme trotzdem... ...jetzt beides mit. Ich nehme jetzt hier dieses normale Gedön... Irgendwas werde ich beliefert. Ich muss mich trotzdem beliefern lassen. Wartet mal. Ja, wahrscheinlich muss ich mir jetzt ein bisschen entleeren, aber ich will auf dem Schiff... Ich will natürlich auf den einen Planeten alles irgendwie so ein bisschen mithaben. Also würde ich das Zeug mitnehmen. Genau. Jetzt habe ich aber vielleicht trotzdem das eine oder andere, was ich gar nicht brauche. Wie zum Beispiel das Ding. Machen wir definitiv nicht. So. Da habe ich sehr viel... Also gut, das könnte ich vielleicht einfach wegpacken. Puh, joa. So. Ich wollte eigentlich... So, jetzt warte mal. Haben wir Lokomotiven? Ne, haben wir nicht. Haben wir Öldinger? Ne, haben wir nicht. Okay, also ich sollte das einschalten. Dann werde ich vielleicht beliefert. Wir haben Lokomotiven. So, bei den Ölzügen brauche ich, glaube ich, drei... Oder? Drei Ölzüge. Ölbahnhof richtiggestellt. Ölexpress, ja, drei Ölzüge. Also machen wir... Komm, ich mache jetzt noch mal drei. Also ich mache neun Öl. So. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Ja, ich habe echt viel Müll mit. Ich bin gespannt. Unsere erste Reise. Jetzt die Frage ist natürlich, sollten wir einen Sicherheitsspielstand machen? Ich bin unsicher. Aber andererseits... Ah, ist das so gegen... Gegen das... Ja, ihr wisst schon. So weiß ich nicht. Ich will ja eigentlich das alles ohne Sicherheitsspielstände machen. Aber andererseits, wenn wir dann irgendwie im Deep Space rumgurken und alles kaputt ist, haben wir da ja auch nichts gewonnen. Ich habe natürlich keine Reparaturwerkzeuge. Mit ist auch klar, oder? So, einmal Randa. Einmal auf Automatik gestellt. Dann nochmal Randa. Einmal auf Automatik gestellt. Und ein drittes Mal noch Randa. Und auf Automatik gestellt. So. Gut. Müssten die jetzt eigentlich relativ... Relativ gut zurechtkommen. Ich merke zum Beispiel, ich habe echt keine Reparaturwerkzeuge. Auch die müsste ich eigentlich als Puffer anfordern, irgendwie so, oder? Schwierig, schwierig. Naja. Ach, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, doch. Irgendwie bin ich schon gespannt. Ob dieser Antimaterieantrieb hier uns erfreulich zum Ziel bringt, oder nicht. So, wir haben jetzt wassermäßig auf jeden Fall... Ja, das ist ja lustig. Jetzt sind hier natürlich die... Die ganzen Fässer drin, weil der die jetzt anfordert hier. Ach, du Schande. Ja, das ist natürlich doof. Ähm. Ungleich 458. Ja. Ich meine, ist klar, weil das Schiff eigentlich sollte hier nicht sein. Ähm. Ja, das ist doof, ne? Gut, ich habe eh zur Not, habe ich eh Fässer mit. Komm, ist jetzt egal. Ich habe Wasser... Ich glaube, ich habe genügend Wasser jetzt mit. Ja, ganz ehrlich. Oder 42. Ja, das wird schon reichen. So viel Wasser brauche ich nicht. Komm, wir fliegen jetzt nach in... In, ähm, in Dingens. In Fahmani. Ähm. Ja. 20 Minuten. Go. Machen wir. Gucken wir uns mal an. So. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Läuft. Wir sind da. Wir fahren und fliegen und überhaupt. Schauen wir mal, was maximal Geschwindigkeit ist. Wirklich 174, 66 Maximalgeschwindigkeit. Wahrscheinlich, oder? Gut, Treibstoff haben wir genug. Ähm, die sind jetzt noch am Dampfen, weil wir aktuell eh nichts brauchen. Genau, das passt eh ganz gut. Ja, die Frage ist nur, diese Schildgeneratoren... Müssen wir mal schauen, weil die brauchen natürlich immer eine Weile, bis sie sich fertig repariert haben. Apropos repariert haben, ich würde da jetzt Reparaturwerkzeuge reinpacken. So. Ja, das ist jetzt die Frage. Die Dinger beginnen erst dann zu dampfen, wenn wir... Wenn der Dampf leer ist, das wird lange dauern. Ich meine, das Teil würde ja dann zur Not auch irgendeine Basis versorgen, wenn wir auf einem Planet neben wo landen. Wie zum Beispiel jetzt unser Ziel in Far... Mani. Wo wir vielleicht bald mal hinkommen. Ich habe natürlich selbst jetzt überhaupt keine... Äh, keine... Äh, Energie-Dinger mitgenommen. Das ist natürlich wieder sehr blöd, aber... Naja, was wirst du machen? So. Ich hoffe, dass da nichts kracht oder passiert oder so. Wenn doch, ich glaube, ich habe ja nicht mal Schiffswände mit. Aber gut, zur Not kann ich da innen ein bisschen abreißen. Das ist... Ja. Im schlimmsten Fall reiße ich da innen ein bisschen ab. Aber es sollte ja nichts passieren. Ja, dann schauen wir währenddessen, wie wir hier fliegen, kurz mal auf Novise. Weil auch hier haben wir ja noch eine Aufgabe. Irgendwo sollte ja unser Robo sein. Unser Spider... Äh, unser Erd-Zitron. Genau, der ist ja hier. Weil der hat... Was? Du hast das immer noch nicht fertig abgeerntet. Echt jetzt? Ernte das jetzt bitte fertig ab. Komm, mach... Tu mir den Gefallen und sag, dass das jetzt sich auch ausgeht. Du wirst mich da verarschen. Der ist... Der ist... Oh Gott! Ja, okay. Erd-Zitron, super. Es freut mich sehr, Erd-Zitron. Du bist wirklich der... Der wichtigste Mitarbeiter, den wir haben. Ja, ohne dich wäre alles doof. Quasi. Naja. So. Bimmel, bimmel. Was bimmelt hier? Ja, das bimmelt ist okay. Ah, 18 Minuten. Ja. Bisschen schneller werden wir. Nee, aber wir werden nicht schneller. Es ist leider... Es ist leider die Maximalgeschwindigkeit. Ich meine, ich könnte natürlich noch massig... Ähm... Lasertürme setzen. Weil wir haben, ganz ehrlich, wir haben... Wenn wir irgendwas haben, dann ist es Energie. Also das ist, glaube ich, jetzt überhaupt nicht das Thema. Habe ich da eigentlich einen Abstand drin? Ja, weiß man nicht so genau. Konstruktionsfähigkeiten von die Cloud 23 sind grenzenlos. So. Ja. Noch, passt sogar. Dann helfen die ein bisschen, dass die Schilder hier nicht kaputt gehen. So, wie sieht es mit dem Wasser aus? Aber Wasser dürfte eigentlich... Wie gesagt, zu viel dürfte eigentlich gar nicht kommen, weil... Eigentlich eh da genügend Wasser drin sein müsste. Ja, guck mal. Es ist wirklich... Na, irgendwann wird das alles staunen, weil wir haben jetzt momentan ja nicht mal Bedarf an Brennstoff. Weil Dampf noch mehr als genug da ist. Ja, das ist alles, komm, das ist alles kein Thema. Ich glaube, ich packe da hinten noch ein paar Lasertürmchen hin. Weil irgendwie da hinten, da könnte es problematisch sein. Komm, machen wir da auch noch. Weil, wie gesagt, wenn wir dann am neuen Planeten sind, ja, werden uns die Einwohner natürlich begrüßen. Und das möchte ich nicht, dass die mein Schiff dann in tausend Teile zersprengen. Weil, wie gesagt, ich habe blöderweise keine Ersatzteile mitgenommen. Und das ist natürlich kontraproduktiv, aber naja. So. Ja, aber es sieht eigentlich echt, glaube ich, ganz gut aus. So. 17 Minuten noch. Eigentlich fahren wir überall mit Maximalgeschwindigkeit, behaupte ich mal. Momentan noch. Das ist spannenderweise immer noch ein bisschen... Warte, ich werde hier trotzdem kurz irgendwo... Da eine Lagerkiste hinsetzen und da eine Lagerkiste. Nur für den Fall, dass wir irgendwas brauchen, weil... Platz haben wir gut. Ja, und ich glaube, das läuft auch, oder? Ich glaube, das können wir lassen. Da müssen wir jetzt gar nicht zusehen. Wir haben genügend Treibstoff mit. Wir haben definitiv hier genügend Energie. Also auch Energie ist nicht das Thema. Das passt eigentlich, glaube ich, ganz gut. Schön ist das Schiff jetzt nicht. Sieht ein bisschen wie ein etwas zu dick geratenes, männliches Gemächt aus. Ja. Zu dick und zu kurz natürlich. Egal. Wisst ihr, was ich meine? Ähm. Nee, das ist jetzt eigentlich gar nicht. Das sieht ganz komisch aus. Obwohl das da unten schon wohltuende, schöne Rundungen sind da an den Ecken. Die müsste ich nur da vielleicht auch noch ein bisschen schöner machen. Dann passt das. Aber das ist ja jetzt erstmal nur ein Testflug, sage ich mal. Ich bin gespannt, ob wir da hinkommen auf Infami. Und wenn wir hinkommen, ob unser wunderschönes... Also ich hoffe, ich kann da auch irgendwo landen. Kann ich auf den... Boah, da ist ja alles mit Klippen zu. Oh, das ist ja natürlich ein Problem. Was ich, wenn ich... Oh. Ja, das könnte ein Thema sein, dass ich die Klippen nicht kaputt schlagen kann. Oh. So, okay. Und der Autoglave macht die Mauer nicht kaputt. Da bin ich schon mal froh. Schön. Was ist jetzt mit Berkey? Ist Berkey jetzt hier irgendwie so am... Am zerstören oder? Nee. Ja, es sind nur fünf von denen drin. Da sind 48 von denen drin. Aber die machen nix und ich kann ja auch nix machen. Also dann muss ich da reinlaufen und dann funktioniert das. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt hier nicht. Ich finde das aber voll süß. So ein kleiner Mini-Außenposten. Der irgendwas macht. Ich finde das toll. So. Nobis. Wie sieht's aus? Ist der Erd-Citron schon leer? Nee, der ist natürlich jetzt immer noch hier am... Der ist immer noch am... Ja. Ja. Okay. Gut. Ja, ich würde sagen, komm. Ich muss kurz wohin. Ich lass das mal so stehen. Und dann... Ja, bin ich eh dann gleich wieder da. Und... Ja. Dann schauen wir, ob wir vielleicht dann schon angekommen sind. Aber ich glaube nicht, weil aktueller Ankunft 15 Minuten leider noch. Naja. Aber bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ähm. Ja. Das Schiff scheint noch intakt zu sein. Wir reisen noch. Ein paar Minütchen reisen wir noch. Ich finde es wirklich spannend, dass wir nicht schneller werden. So, wo sind wir denn gerade? Ah. Astrid Density Hazardous. Hazardous? Also das ist jetzt... Wir sind gerade in sehr gefährlichen Gebieten. Aber offensichtlich ist uns das egal. Weil unser Schiff einfach das Beste überhaupt ist. Ja. Passiert überhaupt nichts. Guckt euch das an. So mag ich das. Das Schiff ist richtig schön. Ja. Wenn wir jetzt die Sternenkarte ansehen. Wo sind wir denn gerade? Ach, guck mal. Da. Da fliegen wir lang. Das ist ja schön. Capellus. Das ist eigentlich eine gute Frage. Wo müssen wir denn hin? Wo ist ein Infami? Ist auf... Kali... Ne. Kali-Dus-Orbit? Ne, oder? Ne, ne. Das ist nach Namen sortiert. Sternensystem, bitte. Wo ist ein Infami? Ja, toll. Infami. Also das sehe ich da jetzt wieder nicht. Capellus. Ah ja, cool. Gehen wir nach Capellus. Ja, das ist... Das ist ein ganz schönes Stück. Aber gut, dafür sind wir eigentlich echt schnell unterwegs. Ja, zwölf Minuten noch. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich hoffe nur, dass uns nicht irgendwelche Aliens, ähm, holen. So. Aber komm, jetzt schalten wir da wieder mal auf... ...auf unser Ding. Weil die Savior ist ja auch da. So, das bedeutet, wir haben hier... Oh, wow, wir haben schon wieder vier und drei. Wir haben sieben Acrospheres. Das ist eine Freude, glaube ich. So. Ja, gut, aber das dauert noch. Ich würde das echt dann gerne ganz ableiten lassen. Ah, ich sehe gerade. Ja, offensichtlich. Und warum fliegst du nicht? Ach so, weil die genau ein Ding wahrscheinlich zu wenig. 38. Ja, 42. Okay. Die letzten Dinger. So, weg mit dir. Ja, offensichtlich. Ja, das ist jetzt wirklich das Thema, weil wir hier mit diesen Großkisten natürlich das Problem haben, dass die echt, ähm... ...leider, leider... ...weniger Platz haben. Als die Kleinen. Auf, auf, auf Platz gesehen. Naja. Erstaunen sollte das natürlich echt nicht, sage ich mal. So, das passt, oder? Energie ist mehr als genug da. Ja, das Ding ist wieder auf 999... 9999 Grad. Das ist schön. Ähm, Noviis haben wir... Gut, das Ding da oben ist immer noch wahrscheinlich... Naja, doch ein bisschen... Ne, sie... Oh Gott, das ist immer noch nicht. Ich glaube, es würde wirklich schneller gehen, wenn ich einfach hier... Komm, lauf, lauf hier ein bisschen entgegen. Ja, die kommen hier jetzt überall rüber. Komm, lauf hier mal rüber. Und dann machen wir das so. Ähm... Naja, gut. Öl müsste jetzt eigentlich... Es ist echt spannend, dass wirklich hier... Ich glaube, ich müsste die leeren Stationen ein bisschen... ...ein bisschen anders gestalten. Ich glaube, ich müsste da das Zuglimit auf 4 verändern. Genau, 1, 2, 3, 4... Aber ich befürchte, da staut es dann, oder? Wenn ich da auf 4 sage... Dann kann es passieren, dass das dann staut. Gut. Wobei, jetzt ist 1, 2, 3, 4... Ja, das müsste eigentlich sich ausgehen, oder? Schauen wir mal. Ich beobachte das mal ein bisschen hier. So. 3. Ja, da ist jetzt 3, oder? Kommt da jetzt noch einer? Müsste ja noch einer rankommen. Na gut, das Entleeren... Achso, jetzt fährt der wieder weg. Das Entleeren dauert einfach zu lange. Ja, weil der Tank hier zu wenig ist. Fahren jetzt noch 2 oder noch 3 zu leeren? Waiting at leeren. Heading to leeren. Der geht zu leeren. Okay, die sind jetzt hier alle bei Laden. Ja gut, ich glaube, das sollte jetzt nicht das Thema sein. Genau, 4 sind es dann in Summe. Genau. Standing heißt ja, der wäre fertig. Kann aber nicht weg, weil kein Platz ist. Na gut, okay. Ja, sollte es so passen, glaube ich. Ja, es ist hier die Frage. Na gut. Achso, jetzt haben wir... Ja, blöd, blöd. Offensichtlich haben wir jetzt doch kein... Ja gut, andererseits... Oh, was ist denn da los? Das sollte vielleicht weg hier. Was ist hier echt nichts mehr da? Ach, haben wir... Ist das... Oh, das ist ja cool. Das ist wirklich abgeerntet. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Spidey. Komm mal her da. Dein Einsatz. Cool, dann haben wir echt das erste Feld abgeerntet. Also cool unter Anführungszeichen. Wobei, das müsste ja... Nee, das muss ja Spidey-Tron gar nicht machen. Komm, das können ja die auch machen. Sollen die machen, oder? Lauf nur runter. Sollen die machen. Das Logistiknetz, bitte. Vielleicht ohne den, weil damit die auch auf jeden Fall hier... Ich glaube, ich habe ja... Machen wir das auf jeden Fall mal weg. In Wirklichkeit, das Bandzeug kann auch alles weg. Ich würde nur jetzt erstmal die Masten noch da lassen. Achso, und die Dome... Muss ich die Dome auch da lassen? Ich glaube, die Dome lasse ich auch lieber da wegen... Ja... Wegen freiwilligen Flugstunden. Wie man hier sieht. Die Robo sehr doof sind. Da wäre noch... Ah, da sind schon noch viele Riesenflecken. Und vor allem, der Startfleck ist auch immer noch massiv da. Da ist noch genügend da. Da ist noch... Also nicht mehr so viel, aber es ist noch was da. Oh, das ist auch leer, oder wie? Ist das leer? Ja, guck mal. Okay, das ist auch leer. Spannend. Ja, dann kann das auch weg, hätte ich gesagt. So. Könnte ich sogar den Dom wegreißen. Ja, also so schön langsam... ...wird's weniger, das Zeug. Ich meine, ist jetzt nicht schlecht. Das bedeutet, ich habe schon sehr viel abgebaut von dem Gedöns mit Öl. So, ich habe jetzt 24.000 von dem Zeug gelagert. Wie viel braucht einer? Äh, 240.000. 28.750.000 und ich habe hier 250.000. Okay, also ich habe fast für 10 Schiffe genug. Also es ist jetzt echt nicht... ...nicht so, dass ich da irgendwie... ...weiß ich nicht. Aber ich sehe gerade, okay, die B ist... ...die wartet und die E. Oh, oh, okay, ich sehe schon. Offensichtlich... Ach, du wirst mich doch verarschen. Offensichtlich habe ich einfach zu viel Naquinit. Oh, wow. Ja, das müsst ihr mal schaffen, oder? Ja, ich habe zu viel Naquinit. Das ist ja... Das ist seltsam. Das ist echt... ...ähm... ...bemerkenswert. Ja, ich habe... Oh, ja, cool. Wow, das ist... Upsi, sage ich da nur. Ja, und was scheitert dann die Forschung nochmal? Die Forschung scheitert an, ähm, die Dinger, oder? Ja, natürlich immer noch die Teile. Ja, ich habe echt ein Problem, weil diese Epsilonen zu viel sind. Wo sind die Epsilonen, wären da, oder? Ja. Das Problem ist, dass die... Wo brauche ich denn Epsilon? Wahrscheinlich genau hier auch. Die Epsilonen wären da, aber da brauche ich die Vieh dazu. Und Vieh habe ich wahrscheinlich wieder gar keine, oder? Ja, habe ich genau null. Ist wahrscheinlich, kommen da Epsilon raus, oder? Nicht bei denen, sondern bei denen kommen wahrscheinlich Epsilon raus, ja. Wahrscheinlich immer Epsilon. Was haben wir zum Umwandeln Epsilon-mäßig? Gut, die laufen, ja. Das ist jetzt ja nicht so schlecht. Also Epsilon... Genau. Ne, das war das Falsche. Das wandelt Epsilon um. Also, weil da natürlich auch Epsilon rauskommt. Also hier da. Das auf jeden Fall wandelt Epsilon um. Das ist grün. Und das wandelt Epsilon um. Das ist auch grün. Ja, also, ich sage mal, das wird schon... Irgendwie wird sich das schon so regeln, glaube ich. So, wir fliegen noch. Das passt. Sieben Minuten immer noch, Leute. Ich freue mich. Wahrscheinlich kann ich jetzt echt dann dort nicht landen, weil... Ja, blöd. Blöd. Aber das Balancing ist trotzdem irgendwie so halb-halb. Also, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Täter, Epsilon. Ja, man sieht, wir haben ein Ungleichgewicht. Naja. Ich wollte ja eigentlich da dann auch mal die... Die Dinger machen. Äh, die... Die nehme ich die... Die anderen Prozessoren. So, wo waren die jetzt nochmal? Bin ich jetzt doof. Die da. Ja. Ja. Die würden Epsilon brauchen. Und da kommt Lambda raus. Und Lambda, glaube ich, haben wir jetzt momentan eh nicht viel. Also, entweder Lambda... Oder Xi. Und ich glaube, die beiden habe ich ja eh nicht viel, oder? Lambda habe ich drei und Xi habe ich null. Also, das wäre eigentlich perfekt, sage ich mal. Ist nur das Problem, dass ich da... Jetzt natürlich das Thema habe. Ja, dass ich die natürlich nicht da habe. Aber ich würde das ja liebend gerne einfach dann so machen. Das kann ja wieder weg. Das würde ich dann umbauen. Und im Endeffekt kommt da dann... So, machen wir auch so ein Ding wieder ran. Aber nur auf der anderen Seite. Achso, was... Jetzt wollte ich... Muss ich ja noch schauen. Was brauche ich denn noch? Quantumprozessoren. Och, und da brauche ich ja... Naquium Tesseract. Sehe ich gerade. Und okay, vergiss das. Ja, das kann ich hier gar nicht hinbauen. Das muss ich drüber bauen. Habe ich vergessen. Quantumprozessoren. Advanced Neural Gel. Ja, und... Und Naquium Tesseract. Ja, und das Naquium Tesseract ist natürlich das Problem. Weil das braucht auch hier so Zeug wie Lambda, Xi und Ceta. Was ich natürlich nicht habe. Ja, Lambda habe ich vier. Xi habe ich eins. Oder ist das Xi? Genau. Und Täter, äh, Ceta habe ich drei. Aber, also ich brauche ja mindestens... Also größer als zwei ist ja das Ding. Ja. Ja, naja. Gut, das... Ja, wird sich schon irgendwie, irgendwie so regeln, ein bisschen. Ich könnte ja da Limit, ähm, auf... Achso. Limit auf zwei vielleicht setzen. Vielleicht wird das dann besser. Dabei glaube ich ja nicht. Nee, komm, wir lassen das jetzt einfach mal so. Weil irgendwie funktioniert es ja doch. Es ist leider jetzt nicht so die High-Performance-Ding, wie wir uns das wünschen würden. Aber andererseits... Egal, oder? Vielleicht schalte ich da auch auf zwei zu. Achso, da sind wir schon auf zwei. Ja, so immer mal wieder. Ganz ehrlich, es ist ja immer mal wieder. Kommt ja trotzdem was. Ist ja jetzt nicht so. Ist ja jetzt nicht so. Da regen wir uns jetzt mal nicht so auf, oder? Geht ja immer mal wieder. Ja, das Thema ist ja jetzt wirklich, dass wir... Na doch, geht ja. Zwischendrin blinkt es mal kurz. Ja, das Problem ist echt, diese Epsilon-Dinger, die jetzt sehr über... Übervoll sind. Aber bekomme ich im Moment bei der Epsilon-Produktion... Was habe ich denn da für welche? Dann würde ich... Ja, gut, aber... Und es ist schon... Es schwankt schon natürlich... Epsilon-Täter... Ja, gut, Täter-Epsilon sind beide massiv. Massiv in der Überzahl. Hm. So, und ich vermute mal, dass da natürlich... Was ist Täter nochmal? Täter. Täter wäre das. Es werden schon... Ja, das ist natürlich jetzt echt blöd, weil die natürlich... Man sieht hier... Genau auf beide Seiten. Also wir haben auf der Seite Epsilon. Sehr überschwänglich. Und da Täter. Ja, aber es ist jetzt nicht so komplett verkehrt. Ist es jetzt auch nicht... Nee, komm. Wir regen uns da jetzt mal nicht auf. Alles gut. Komm, es staut hier das Zeug ein bisschen. Das ist ja die Hauptsache, oder? So, wie sieht es hier aus? Vier Minuten noch. Sehr gut. Dark Flair. Wie schnell sind wir? 177, 74. Sehr schön. Dark Flair. Ähm, staut. Ist alles voll. Habe ich noch Kisten? Mal schauen. Rote Kisten. Habe ich noch welche? Ähm... Kleine habe ich noch genug. Große. Gute Frage. Spinne. Hast du noch große... Achso, wo ist denn die Spinne? Achso, die Spinne steht jetzt da unten. Die Spinne steht ja jetzt da unten. Oh, spannend. Wie hier jetzt auf einmal... Achso, das kommt erst wieder. Hast du noch rote Kisten, Spinne? Nö. Wir haben eh keine roten Kisten mehr. Also ich dürfte ja nicht mal welche... welche holen, sage ich mal. So, was ich da jetzt mache, weil das Spinnchen eh da steht. Also einmal hier den da, den da, den da. Danke. Sehr schön. Und Spinnchen, geh wieder... geh wieder nach oben. Komm. Mach... Mach... Mach hin, geh wieder nach oben. So. War jetzt vielleicht nicht so klug. Habe ich echt... Doch, hier sind noch welche. Wie viel habe ich da? Ah, ja gut. Okay, ich habe doch noch genug. Äh, grüne Greifarme könnte aber... Die habe ich auch noch. Müssten ja da auch noch hunderte drin sein. Ja, okay. Ja, dann machen wir vielleicht doch noch ein bisschen. Ein bisschen. So. Ein bisschen ran noch hier. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Machen wir da nochmal den da. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch... ...so Zeug habe. Aber schauen wir mal. Ja, ich wollte gerade sagen, da hinten ist natürlich jetzt nicht mehr da. Aber das sollte ja... Zur Not macht es ihm dann das Spinnchen. So. Gut. Ich bin... Drei Minuten. Ja, aber wie gesagt, die Forschung... Ja. Ja, die Frage ist aber jetzt wirklich Epsilon und Theta. Kommt jetzt hier bei irgendeiner Umwandlung von Epsilon und Theta raus? Vier und Omega. Nee. Lambda, Gamma, Nee. Also die beiden, die funktionieren. Und Theta, wo ist jetzt Theta? Wie sieht Theta aus? Das ist... Das Ding. Oder? Theta, Xi. Nee, wo ist denn Theta? Theta, wo bist du? Lambda. Xi. Gamma. Theta, Xi. Da, Theta. Ja, bei Theta kommt natürlich Epsilon raus. Das ist ein bisschen blöd hier. Wo ist die andere Theta-Umwandlung? Da brauche ich Epsilon. Also eigentlich Theta und Epsilon. Eigentlich müsste ich das voll Hardcore äumeln. Offensichtlich wird das nicht gebraucht, weil ich offensichtlich Theta, Epsilon... Also weil ich offensichtlich Vier und Omega genügend habe, oder wie? Vier und Omega habe ich genügend. Vielleicht mache ich Mangel doch ab 10. Weil ich habe jetzt genügend, ganz ehrlich. Ich habe jetzt genügend. Also, mal erst so, das ist jetzt blöd. Ich sollte das vielleicht auf 9 stellen, weil sonst kannst du die Anzeige nicht mehr anzeigen. Ich habe jetzt, ganz ehrlich... Ach, bei 9 ist 72. Ja, ich habe ja genau 72. Dann wird der... Ja, vielleicht machen wir nicht 9, sondern machen wir 6. So, Mangel ab 6. Ja, dann wird er auf jeden Fall das Ding. Aber das Theta, Epsilon, das müsste dann eigentlich Dauerbetrieb fahren. Die Frage ist, ob ich da nicht einfach 5... 5... Ich mache... Ich werde temporär jetzt einfach mal ein bisschen... Bisschen hier... Genau. Einfach mal ein bisschen, ein bisschen optimieren. So. Wieder kurzzeitig ein bisschen ein... Ein... Schweife. Und ich kann da ja 1 und 1 machen. Wieder, so. Weil sind eh genügend da. Oder weißt du was? Ich mache jetzt einmal 10 und 10. 10 und 10. So. Warte ich, bis die delivered werden. Achso, die sind jetzt... Oh. Ist jetzt nicht mehr nötig, weil... Weil wir jetzt genügend von denen haben. Echt jetzt? Okay. Das ist schade. Also ich könnte da natürlich ein bisschen mit Multiplikatoren arbeiten. Das wäre vielleicht noch so eine Optimierung, dass ich sage, wenn ich von den Basisrohstoffen echt voll viele habe, dass ich dann eben nicht eine, sondern gleich 5 rankarre. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Aber andererseits... Naja. Oh, wir sind da. Das ist ja schön. Ne. Oh. Verdammt. Irgendwas... Oh, scheiße. Irgendwas ist kaputt gegangen. Nein. Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Oh, es ist zu viel Wasser. Okay. Ich hasse es. Wie kann das immer passieren, dass es zu viel Wasser ist? Ach, Mensch. Ja, super. Und jetzt haben wir... Boah, wie ich das hasse. Ja. Ja, es ist die Frage. Jetzt haben wir da natürlich das Problem, dass wir überhaupt keine Energie haben. Und ich hätte Akkus setzen sollen. Ja, muss ich... Wartet mal. Ich muss einfach da jetzt ganz kurz einmal da rein. Ja, ist schon okay. Muss ich da einmal die Rohre einfach neu setzen, glaube ich. So, jetzt passt's. Okay. Geht schon wieder los. Alles gut. Ja, das ist wirklich... Also diese Wassergeschichte, das macht mich echt ein bisschen fertig immer. Also ich muss hier wirklich die Tanks offensichtlich noch ein bisschen verfeinern. Ja, läuft schon wieder. Okay. Gut. Also ich sag mal, die zusätzlichen Paneele helfen natürlich auch nix. Toll. Danke. Spiel. Naja. Aber das ist natürlich... Ja, ich muss da echt einen zweiten Tank machen. Moment, habe ich hier vielleicht eh noch Platz für den Tank? Da würde sich sogar noch rausgehen. So, machen wir nämlich so. Ich habe nämlich noch eine Pumpe. Das ist nicht viel. Aber ich befürchte, dass das wahrscheinlich selbiges Thema ist. Ne, wobei, eigentlich dürfte es nicht. Weil die pumpt nur, wenn da nix drin ist. Weil da muss eigentlich immer genügend drin sein. Sag ich mal. Theoretisch gesehen. Gibt das da drüben auch? Ja, das müsste eigentlich... Weil das ist ja symmetrisch. Ja, komm, dann reißen wir das weg. So, machen wir da auch noch so einen Tank hin. Und dann... Fünf Pümpchen, bitte. Gut. Ja, dann eben... Schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Gut, wo waren wir nochmal? Wir waren immer noch im Orbit. Ja, das Ding äumelt jetzt gut rum. Passt. Wir haben zwar immer noch viel zu viel. Weißt du was? Ich packe da jetzt nochmal hier... Die auf... Also ich mach die sogar auf 20. Ganz ehrlich. Machen wir einmal kurz auf 20. Bis da einmal kurz 20... Ah, Deliver 20. Sehr schön. Dann schalten wir es jetzt wieder um auf 1. So. Dann kommen wir nämlich auf jeden Fall jetzt mal 20 ran. Hoffe ich zumindest. Ja. Sind am Weg. Passt. Und schon sollte das wieder ein bisschen schneller gehen. Ja, manchmal braucht es ein bisschen Feintuning. Dieses Monstrum an Maschine. Aber wenn... Wenn es läuft... Passt es eigentlich ganz gut. Irgendwie. Ja, weil schon sind wir wieder bis auf... Gamma haben wir eigentlich... Und Lambda haben wir eigentlich wieder alles ganz gut beisammen. Weil die wahrscheinlich da unten recht wild gebraucht werden, oder? Ja, was auch immer. Komm. Ist mir jetzt egal. 54 Sekunden noch. Okay. Ähm... Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir schon mal da... Hier... Das ist auch bunt. Guck mal. Bunte Sachen. Das ist ja schön. Stimmt. Die habe ich ja hier. Ja. Ich freue mich über Dinge, über die ich mich eigentlich nicht freuen soll. So. Bist du jetzt leer? Ja. So. Jetzt probiere ich das nochmal. Wenn du jetzt wieder... Wieder hier diese Kisten nicht leer bekommst, dann... Weiß ich auch nicht, was ich machen soll. So. Runter da. Und hier hin. Wahrscheinlich schaffen wir es eh wieder nicht. Aber naja. Ja. So. Jetzt gehe ich ganz kurz nochmal auf Noviis. Da war ich zwar gerade, aber ist egal. Auf Map. Und hier runter auf... Meine... Da. Genau. Dahin. Da. Haben wir jetzt Autoclave? Findest du was? Nö. Okay. Keine Enemies mehr auf Infami. Okay. Ja, dann... Werden wir mal... Obwohl... Warte mal kurz. Infamani. Ich mache einmal View Surface, weil... Oh, ich sehe ja das ja eh. Warum ist da so viel kaputt gegangen? Okay, das ist spannend. Ich weiß nicht, warum das da Dinge kaputt gehen, aber... Naja. Also sind jetzt echt keine Gegner mehr da. Ja, offensichtlich sind da keine Gegner mehr da. Na gut, passt. Okay. Dann schauen wir mal. Wir wären hier. Wir versuchen zu ankern. Ich ankere mich einmal einfach... Ja, dahin. Ankern. Hey. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, glaube ich. Naja, egal. Und wir sind da. Auf dem fremden Planeten. Ach, wie schön. Ein bisschen Munition habe ich sogar mit. Was ist denn das für ein cooler Boden? Dann jetzt muss ich schauen. Ich hätte vielleicht... Weißt du was? Ich lege kurz mal ein paar Sachen ab. Ich lege hier kurz mal ein paar Sachen ab, weil gefühlt... Spannend ist ja auch, ich habe jetzt echt... Ich habe null Treibstoff... Null Brennstoff gebraucht für diese Dinger. Oh, ja, das sollte vielleicht nicht rein. Aber ich könnte hier jetzt auf jeden Fall mal einfach das Zeug weglegen. Das ganze Space-Zeug legen wir weg. Weil das brauche ich hier definitiv momentan nicht. Ja, bimmel, bimmel. Ich lege auch was. Ich mache das mal weg. Obwohl... Na doch, passt schon. Und ich werde mit meinem Baurobus dann einfach abbauen, glaube ich, da, oder? Geht das dann so? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja, legen wir das auch noch weg. Legen wir alles weg. Alles gut. So. Spannung steigt. Spannung steigt. Baurobus habe ich eh noch mit. Ja. Kann ich da drin eigentlich fliegen? Oder ist das auch innen? Ne, das wäre sogar außen. Aber die Frage ist, will ich fliegen? Ich glaube nicht, nicht, oder? Will eher hier... Touch to capture. Ah, cool. Ja. Nimm mal mit. So, touch to capture heißt, ich muss reinlaufen, oder? Ah, guck mal. Da muss ich mich sogar... Achso, da muss ich da durch. Ah, das ist ja lustig. Ich kann die Strukturen nicht abreißen. Ich muss da einmal... Einmal draufklicken. Ich weiß nicht. Will ich das mitnehmen? Brauche ich das? Ich bin ja unsicher. Ich glaube ja nicht, dass ich das brauche. Komm, ich lege das wieder rein. Also ganz ehrlich, Zeug, was ich nicht brauche. Ich brauche jetzt nicht so gierig sein, dass ich alles mitnehme, was ich eigentlich nicht brauche, oder? Oh, da ist Fisch drin. Was für eine Freude. Ist das... Touch to capture? Ah, ich muss wirklich einmal ranlaufen, damit ich es mitnehmen kann. Verstehe. Was sind das eigentlich? Seltsame Fässer. Das scheint ein ritueller Raum zu sein. Da sind Ziegel. Ja, ist schon recht. Aber das sind alles Kisten, die sind alle voll mit dem Zeug, oder? Ja, doch. Aber ich möchte eigentlich Acrospheres mitnehmen. Weil es ist schon spannend. Es ist da viel Zeug da, weil es ist alles irgendwie so Standardzeug, was ich eigentlich gar nicht brauche. Hätte ich vielleicht doch einen Robotron schicken sollen. Ah, da oben sind sogar Schmelznach. Ist das lustig. Sind sogar Schmelznach. Ich wollte ja gucken. Acrospheres brauche ich ja. Wahrscheinlich finde ich hier jetzt genau zwei Acrospheres oder so. Aber ich finde das echt so cool hier mit diesen... Mit diesen Ruinen, die man hier einfach so finden kann. So, da ist wahrscheinlich auch nicht mehr... Achso, da steht eh sogar drin, was da drin ist. Ich gucke mal mit meinen Satelliten. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Okay. Sind wir da? Holz, Fisch, Fisch, Stein. Da sind Acrospheres drin. Eine nämlich. Okay. So, wo bin ich denn? Also, ich bin da. Das wäre jetzt cool, so ein Scanner. So ein Acrosphere-Scanner. So. Aber ich finde es lustig, dass ich da auch so... Theoretisch auch so... Ähm... Burner-Dinger hätte. Also, ich könnte mir hier einen Außenposten bauen. Wenn ich denn das wollte. Oh, hier so ein kleiner, süßer Garten. Platten. Da sind Acrospheres. Die nehme ich natürlich gerne mit. Also, eine. Acrosphere. Yay! Ich habe eine Acrosphere gefunden. Ah ja, apropos Acrosphere. Ich sollte vielleicht nochmal ganz kurz wieder auf... Hier gucken. Wie viel haben wir denn da? Er ist immer noch voll. Ich muss... Wisst ihr was? Ich werde jetzt ganz kurz nochmal den da machen. So. Spinni, wo bist du? Oder schafft ihr das so auch? Aber ich sehe gerade, ich habe einen Turbo-Ding. Habe ich natürlich keinen mehr. Naja. Gut. Dann kommst du eben hier weg. Ist okay. Spinni. Rüber da. Achso. Haben wir eh sogar geschafft. Äh. Warum? Weil ich möchte nämlich wieder abhauen hier. Dann sollte das einfach dann... Dann haue ich währenddessen ab. Ich habe jetzt, ja, 6 und 5. Weißt du was? Dann flieg du jetzt bitte zurück nach... Ähm... Novice Orbit. Oder nach Novice oder Orbit. Ähm... Ne, flieg erst mal nach Novice, bitte. So. Sehr schön. Dann ist die wieder weg. Dann können die wieder beruhigt hier ein bisschen rummachen. Ich glaube, das sind Kometen. Kometen. Kann das sein, dass Asteroiden eingeschlagen sind? Irgend so was, glaube ich, ist da passiert. Deshalb haben wir da überall, ähm... Beschädigte Kisten. Ja, also ich weiß nicht. Auszahlen, glaube ich, tut sich das jetzt echt nicht, dass ich diese Kisten hier loote. Oh, und das ist schon innen. Okay. Okay. Es gibt dann doch offensichtlich innen. Hier auch. Aber wie gesagt, ich glaube, das zahlt sich nicht aus, diese Kisten zu looten. Außer natürlich die, wo ein paar Acrospheres drin sind. Aber ich befürchte, dass ich trotzdem da echt viel finde ich da jetzt nicht. Jetzt habe ich zwei bis jetzt gefunden. Ja, weiß ich jetzt nicht. Oh, hier. Ein Gebetsbereich, glaube ich, oder so. Ja, das finde ich auch lustig. Dann ist einfach so ein kleines Labor da. Oh. Ja, Nexus. Achso, das forscht Nexus für uns mit. Das ist ja schön ein Burner-Labor nämlich. Das ist ja echt lustig. Da sind noch Acrospheres. Acrospheres. Ja, sehr schön. Nehmen wir mit. Fässer. Aber die machen nichts. Da ist eine riesengroße Zeremonienhalle. Da ist ein Exerzierplatz. Warte mal. Jetzt muss ich echt mal kurz schauen. Wo gäbe es hier denn noch spannende Sachen zu finden? Ah, aber währenddessen wisst ihr was? Ich kann ja ganz kurz warten. So, wie hieß dieser andere Planet nochmal? Mit Struktur und Taktik. Ja, bitte sortiert das richtig. Danke. Hier, Berkey. Ja, weißt du was? Du machst jetzt Richtung Berkey, hätte ich gesagt. Oder? Ich sollte hier Caps Lock rauspacken. Berkey. Ja. Autoclave. Go. Mach mal. So. Passt. Alles wird verbrannt. Sehr schön. Kann es sein, dass da jetzt mittlerweile... Ne, die Dinger, die sind definitiv nicht. Dann gehen wir nochmal in den Orbit hoch. Ähm, wie ist Orbit? Weil du wirst auch nach Berkey jetzt schießen. Ja, dann ist das das nächste Ziel, wo wir hinfliegen, hätte ich gesagt. So, da haben wir das Ding. Einmal kurz Berkey anvisieren. So, Autoclave. Sehr schön. Und der Berkey da schön drüber. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, ob wir da dann... Da gibt es ja auch ein bisschen Acrosphere zumindest. Viel nicht, aber auch ein bisschen was. Aber hier auf diesen traurigen Außenposten... Alles zerstört. Habe ich noch irgendwo... Gibt es noch irgendwo Acrospheres hier zu finden? Aber ich möchte vergessen, möchte ich auch... Ja, da ist noch eine. Okay, wo bin ich? Ich bin... Wo bin ich? Da oben bin ich. Ja, dann gehen wir da nochmal nach unten. Ist die Frage, kann ich? Nee, ich könnte... Ja, gut, ich könnte... Nee, ich kann eigentlich die Mauer nicht. Die Böden könnte ich mitnehmen. Aber die Kisten kann ich natürlich nicht mitnehmen. Oder könnte ich... Nee, die kann ich wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Die muss ich hier erst mal touchen, um sie zu capturen. So. Vier Acrospheres haben wir. Sehr schön. Ich würde gerne noch mehr haben, aber ist jetzt die Frage. Sind vier, ist das das Maximum, was so auf so einem Planeten zu finden ist? Oder... Ich finde es schade, dass hier alles so zerstört ist. Also ich hätte mir da schon so einen Außenposten vielleicht. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber so weit geht dann Space Exploration, glaube ich, doch nicht mehr. Ich glaube, dass das war es jetzt. Also hier, oder? Haben wir... Gucken wir nochmal durch. Man sieht eben in den Kisten, wenn mehr als ein Icon drauf ist, dann ist meistens ein Acrosphere dabei. Nö, da ist nix. Also ich fliege da jetzt ganz langsam drüber. Ich habe hoffentlich... Ne, da ist noch eine. Cool. Okay, ja, die holen wir uns noch. Sind nochmal da kurz nach unten geflogen. So ist es, soweit wir fliegen können. Also ich kann da eh über die Mauern... Ne, ich kann nicht über die... Ach, ich kann über die Mauern nicht drüber. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, das ist wirklich endlich mal was, wo ich mit meinem Jetpack nicht einfach drüberfliegen kann, wie ich lustig bin. Sondern ich muss dieses Labyrinth durchqueren. Was für eine Freude. So. Aber es geht schnell, weil es guter Asphalt ist. So, ich glaube, da unten war das jetzt irgendwo, oder? Wenn wir schauen, wie ich da durchkomme. Wie komme ich denn da durch? Da, so komme ich doch. Okay. Da drin. Ist sie? Aber wie komme ich... Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Ah, da muss ich da unten wahrscheinlich. Ja, drum habe ich das noch nicht gesehen. Kann ich da durch? Hier bei den... Ah, bei den Bäumen. Okay. Schleichen wir da vorbei. Einmal da, da durch. Voll das Labyrinth. So, nehmen wir mit. Gibt es jetzt noch was? So, kurz nochmal geguckt. Da ist noch eine. Ja, sehr schön. Es sind ja doch ein paar. Und es ist so, am Anfang findet man ja relativ viel Acrospheres mit. den Satelliten. Aber man merkt ja, das wird ja immer weniger und weniger. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie für 10 Satelliten zwei Acrospheres gefunden. Und da ist das natürlich dann schon irgendwie ähm, besser, oder? Gefühlt. So, aber sonst? Ne, hier ist nix. Nein. Schauen wir mal, ist da noch was? Ja, blimmel, blimmel. Ist okay. Und die Frage ist, ich glaube mit, ist jetzt die Frage, ob ich das mit, mit dem Spider-Tron, glaube ich, tue ich mich da schwer, weil ich mit Spider-Tron kann ich die Dinger, glaube ich, gar nicht touchen. Da ist noch eine. Hier im Zentral, ach, da sind sogar noch viele. Ich habe diesen Zentralraum, habe ich noch gar nicht, noch gar nicht so angesehen. Diesen schönen zentralen Altarraum. So, wo war das jetzt? So. Was ist hier? Da drüben ist das. Genau da müssen wir rein. Da ist noch eine, zwei Kügelchen. Ja, einmal kurz hier, so, und einmal kurz da. Ich habe das getatscht. Ei, ei, ei. So, aber das sieht, das sieht auch echt cool aus hier so. Oh, echt ein großer, ein großer Raum zum Beten. Aber hier auch mit den Abstufungen, das ist cool mit den Betonabstufungen da. Das ist schon schön. So, gibt es noch mehr? Jetzt, glaube ich, da ist auch noch eine. Wow. So, ich kann da nichts drauf touchen. Was sonst? Ja, jetzt ist die Frage, haben wir jetzt alle sonst mit? Ich hole die eine da oben noch. Moment, wenn ich da drüber... Ne, da sehe ich nur... Okay, das sehe ich leider gar nicht. Okay. Aber ist eh okay. Ich meine... Ist ja cool, wenn man da ein bisschen durch erforschen muss. Finde ich echt cool. So, wo war die nochmal? Da, irgendwo da drinnen. Da ist auch noch eine. Cool. So. Haben wir eh fast 10 Stück gefunden. Richtig schön, richtig schön. So, aber jetzt, glaube ich, ist er aus, oder? Nochmal drüber gescannt. Ne, 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 ne. Und ich, wie gesagt, die anderen Sachen, ich brauche die echt nicht. Ich brauche die wirklich nicht, die anderen Dinger. Aber diese ganzen Rohstoffe... Das wäre es, wenn man Space Exploration so lange spielt, dass man einfach keine Rohstoffe mehr auf den Planeten findet. Und dann auf das Zeug hier angewiesen ist. Das wäre es, oder? Naja. So. Ne, aber jetzt, glaube ich, haben wir es. Da ist nichts mehr. Es sind sehr viele Pflastersteine. Aber wirklich nichts, was mir sonst irgendwas bringen würde. Ne. Nö, nicht, nicht wirklich. Also da... Glaube ich, ist echt. Das war es jetzt. Da ist nichts. Da ist auch nicht wirklich was. Ne. Nö. Ich würde sagen, das war es. Aber ganz ehrlich, wir haben 10 Acrospheres gefunden. Und das ist wirklich eine gute Leistung, behaupte ich mal. Und ganz ehrlich, wir fliegen jetzt einfach weiter zum nächsten, oder? Das ist ja vollkommen egal. Weiter zum nächsten Planeten. Oder schauen wir mal, wie weit das jetzt wäre. Ja. Ich packe die da rein. So, wenn wir jetzt nach Berkey. Berkey. 44 Minuten. Ah, das ist schon fast zu lange, oder? Ich glaube, da bringen wir zuerst, ganz ehrlich, da fliege ich jetzt erstmal kurz wieder das zurück. Es ist die Frage, ob wir da nicht sogar... Ja, komm, Launch, passt. Es war mir eine Freude hier, lieber Planet. Richtig cool gewesen. Da läuft das. Wir fliegen, oder? Ja. Das Ding ist fast voll. Das ist noch leer. Schauen wir mal, ob diesmal der Treibstoff, ob das jetzt funktioniert diesmal. Ähm, ja, währenddessen auf Novice. Ja, wir sind ja immer noch schön Berkey. Ja, das passt, weil auch da haben wir... Schauen wir mal. Eine. Eine. Zwei. Ich finde das so cool, dass das so ein Außenposten ist. Drei. Vier. Fünf hätten wir da zu finden. Sechs, da ist auch noch... Sieben. Ah, sieben. Das sind sogar zwei. Ah, das ist lustig. Okay, die haben da irgendwie so... Da könnte man mit dem Fahrzeug irgendwie so rumfahren. Das ist lustig. Ich frage mich, wie lange die hier überhaupt noch produzieren. Ja, voll lustig. Voll cool. Finde ich richtig cool hier. Okay, gut. Ähm, ja. So, ich wollte aber eigentlich auf Novice gucken. Hier, ich wollte ja den... Mein... Mein... Erz... Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Der hat das... Der hat das wieder nicht geschafft. Das... Das gibt es doch nicht. Sag mal... Wie schlecht. Ja, weil ich einfach so viel Müll mit habe. Na, okay. Gut. Dann läufst du eben nochmal hoch. So. Ist ja okay. Schon langsam haben wir es ja schon. Wissen wir es ja schon, wie es... Wie es geht, die ganze Geschichte, oder? So, hoch da. Und dann läufst du einfach da ganz rüber. Damit du da auch ein bisschen mithelfst. Und ja, okay. So. Im Orbit. Also die Frage ist wirklich für mich dann nächstes Mal. Wie sieht es jetzt mit den Axiospheres aus? Sind die gut verteilt? Ja, so. Geht so. Ich würde dann nochmal hier, glaube ich, so ein Zehnerding machen. Oder? Machen wir da nochmal so ein Zehnerding. Und ich würde die überhaupt auf fünf einstellen. Fix. Weil zu denen... Aktuell habe ich das Gefühl, dass ich zu denen immer zurückkomme. So. Machen wir da generell, glaube ich, so ein Fünf. Dass da immer fünf geliefert werden. Es sind doch immer die beiden. Ja, genau. Ja, das Problem ist natürlich, dass das Ding auch Epsilons macht. Das ist natürlich dann das Problem. Das kann dann ein ewiger Kreislauf sein. Aber das Wichtige ist eher, dass... Die Dinge natürlich zum Produzieren kommen. Und man sieht, der ist blau. Die beiden sind jetzt blau geworden. Und die Tesserakte, das ist halt ein bisschen das Thema. Mal schauen. Ja, die haben halt echt... Wie lange haben die schon nichts mehr produziert? Das ist wirklich das... Ja, das Xi ist echt ein bisschen ein Thema. Leider. Leider ist Xi ein bisschen das Thema. Weil Xi haben wir wo? Schauen wir mal kurz. Wo kommt Xi raus? Da kommt Xi raus. Ja. Ja. Da kommt Xi raus. Und... Da kommt Xi raus. Na gut, aber... Läuft. Produziert sich gut durch. Also man sieht da... Also warte mal. Xi. Okay, das ist aber spannend. Wenn Xi oder... Habe ich jetzt bei Xi keinen Mangel? Hä? Oder habe ich das verdreht jetzt? Nee. Wenn Xi oder... Täter. Xi? Ach. Oh. Oh, sieh an. Nee, das ist eh alles da. Na, ist ja kein Thema. Mach. Mach du nur da unten. Ja, mach eh. Okay, alles gut. Na dann. Was habe ich eigentlich für die Probleme? Läuft doch alles. Läuft doch alles super. So, bis auf das. Der Container ist schon wieder voll. Ich glaube, ich müsste das auf beide. So. Schließen wir die Pumpe auf beide an. Sicher ist sicher. Aber theoretisch müsste eigentlich... Ja. Es dürfte eigentlich... Eigentlich müsste das reichen. Nee, es reicht nicht, weil natürlich die jetzt wieder... Ach Gott, die können wir jetzt auch wieder nicht reinpumpen. Kann es natürlich schon passieren, dass das Ding... Na gut, wobei... Aber es sieht so strommäßig aus momentan. Weiß ich nicht. Kann er nicht... Gut, ich könnte natürlich noch einen ranpacken. Ach, ja. Habe ich noch Tanks mit? Nee, aber ich könnte welche bauen, oder? Komm, mach mal zwei so Dinger. Machen wir statt diesem Paniel hier kurzen Tank noch ran. Ist ja okay. Paniel weg. Tank ran da. So. Oder? Ist das... Ist das ein Deal? Ich glaube schon. So. Jetzt dürfte das überhaupt kein Thema mehr sein. So. Wassertanks Ende nie. So gefällt mir das. So. Muss ich natürlich dann noch mal kurz rein. So. Dann gehen wir hier auch noch mal so ein Ding ran. Ah, ja. Ja, und eigentlich, es dürfte echt hier kein Thema sein. Also, die müssten jetzt wassermäßig genau... Läuft, läuft, passt. Wasser darf da keins... Keins mehr da sein. Es darf auch keins mehr nachkommen, solange da irgendwo noch Wasser... Also, weil in Summe haben wir jetzt, wenn man sich das so ansieht, wir haben 35.000 Wasser. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wird schon werden. So. Orbit. Na doch, kurzzeitig geht's immer mal wieder. Epsilon, Zeta. Was kommt da? Lambda kommt eh ran. Ja, passt. Passt gut. Läuft. Alles gut. Super. Super ist das. Vielleicht sollte ich da doch zwei machen. Weil diese Tesserakte jetzt offensichtlich doch ein bisschen die Schwierigkeit sind. Ja. 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 Ich hab natürlich mal wieder kurz was geguckt. Naja. Ja. Man sieht jetzt normalisiert sich das richtig schön durch. Jetzt haben wir echt das gut aufgeteilt. viel Erz. Ja. Ja. Ich muss natürlich auf eins aufpassen. Ich hoffe nicht, dass mir die Dinger komplett auskühlen. Nee, aber das kann ich mir. Ich mein, gut, der sowieso nicht. Aber die dürften eigentlich auch nicht. Nee, weil wenn die keine Energie brauchen, dann brauchen die keine Energie. Das passt schon. Ja, die sind jetzt alle. Gut, der ist gerade am Befüllen noch. Aber in Wirklichkeit bin ich komplett... Ja, ich hab viel zu viel von dem Zeug. Also mit der Saviour, wieso ist die noch so? Okay, die braucht einfach ewig. Ja. Die braucht einfach ewig. Naja. Apropos ewig, wie sieht's hier aus? 14 Minuten noch. Ja, aber ich glaub, ganz ehrlich, liebe Leute, ich würd sagen, wir lassen's für heute. Ja. Weil im Endeffekt, wir haben echt viel erreicht. Wir haben wirklich das erste Mal eine fremde Außenbasis gefunden auf einem Planeten. Wir bringen ein paar Acrospheres heim. Ja, wir müssen schauen. Die nächste Forschung, die kommt bestimmt. Ähm, wir wissen ja... Achso, das haben wir noch gar nicht erforscht. Aber wenn wir das dann forschen, wird dann ganz spannend. Weil wenn man sich die Dinge ansieht... Da, die da. Ähm, ja gut, das ist easy. Da müssen wir nur ein paar Blank-Data-Cards in Nexen packen. In Nexuse. Ja, die müssen wir am Raumschiff haben und dann soll das gehen. Das ist spannend, weil da brauchen wir auch wieder lustige andere Sachen. Ja, die nicht so schön sind. Aber gut, sollten wir hinkriegen. Naquium-Cubes haben wir ja genügend. Also kein Thema. Das Zeug kriegen wir auch hin, weil das ist nur ein bisschen Acrosphere-Folding-Zeug. Würde vielleicht sogar einfach meine ganze Acrosphere-Geschichte wieder ein bisschen verbessern. Warm-Hole-Data und das da. Ja, Naquium-Prozessoren. Schwierig. Und 1000 supercool Thermofreed. Aber dafür bekommen wir da 50 von diesen Analyze-Dingern. Ah, die seh' gerade. Die muss ich in einen Deep-Supercomputer machen. Den hab ich ja auch noch nicht. Dann sollte ich vielleicht den als nächstes forschen dann auch. Ui. Naja, das ist... Das ist ja ganz toll. Gut. Ja, aber lange dauert's nicht mehr, Leute. Dann... Ja. Wir sind... Wir sind am guten Weg. Also, in dem Sinn. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.